guten tag ich freue mich dass schon ein paar da sind ich hoffe ihr hört mich alle sonst gibt mir bescheid herzlich willkommen zum webinar heute und pro physix mit tatkräftiger unterstützung von unseren partnern und kunden ihr solltet mein screen sehen mit dem programm von heute ich werde ich denke wir starten so um zehn nach ist nicht allzu viel geplant eine kurze begrüßung einführung von meiner seite und dann werden wir dann gleich an franker plant übergehen und übergeben von contemplas also noch mal herzliches willkommen von meiner seite ich sehe es sind schon einige von euch da das freut mich sehr und ja wir reizen die technischen möglichkeiten heute aus es ist so dass sie im bedienen menü verschiedene punkte seht im grundsatz ist es so dass ihr wenn ihr fragen habt beim punkt fragen oder wer es auf englisch eingestellt hat questions eine frage stellen könnt diese frage wird entweder direkt von renne beantwortet oder sie wird dann gleich dem referenten gestellt oder dann im häufigsten fall wird sie in die diskussion am ende der präsentation der jeweiligen präsentation einfließen ich hoffe dass für euch alle so in ordnung ist auch schade dass wir euch nicht sehen aber das würde die bandbreite sprengen bei denen zumindest die wlan verwenden und ich hoffe dann dass wir uns bei anderer einer anderen gelegenheit alle persönlich oder in einem meeting online sehen können auf jeden fall freut es mich sehr dass so viele da sind ich gehe kurz darauf ein was wir heute sehen wir wie ihr seht mache ich im moment die begrüßung und für die die mich nicht kennen ich bin die fest von pro physics ich arbeite in diesem jahr ja zehn jahre bei pro physics was mich sehr freut aber mir auch nicht nur nachfalten sondern auch stirnfalten ins gesicht gezaubert und ja pro physics wächst jedes jahr ungefähr um ein mitarbeiter sind jetzt zwölf leute und ja ihr könnt euch denken obwohl im moment nicht viel gereist werden kann haben wir trotzdem viel zu tun projekte die zum teil installiert werden können zum teil nicht und auch unsere partners sind nicht herum gesessen sondern haben fleißig entwickelt und euch neue funktionalitäten gezaubert die wir heute sehen ich bin sehr gespannt weil es gibt viel neues und starten werden wir dann mit contemplas mit franca die uns das neue markers tracking 2d vorstellt welches jetzt mit der neuen tempel version rauskommt laura hoffmann von numo wird uns einen kleinen erfahrungsbericht geben weil er schon seit herbst das tracking das neue markless tracking von contemplas verwendet und die ersten erfahrungen damit sammeln konnte dann nach einer kurzen pause wird alessandra und marco von microgauge sprechen vor allem über die möglichkeiten mit dem optogate system und in kombination mit ihrem initial sensor und auch ein paar anwendungsbeispiele zeigen je nachdem wie wir zeitlich drin sind werde ich vor dem mittag oder dann nach dem mittag etwas noch ein bisschen ein ausblick beziehungsweise auch ein einblick in die 3d welt der lauf und gang analyse geben und ja ein kleinen wehrmut trocken heute ist die präsentation von zebris die wahrscheinlich ausfallen wird weil im grundsatz da der ganze it server ausgefallen ist also die sind wirklich gestern wie man schweizerdeutsch sagt seit gestern im seich weil sie ja kein kein rechner kein laptop mit dem system verbinden können keine präsentation laden können nichts zeigen können also müssen wir ziemlich sicher auf die präsentation von zebris verzichten ich würde dann aber trotzdem im nachgang an das und das webinar euch sowieso die aufzeichnung schicken und auch dann die präsentation von zebris noch nach liefern genauso zum programm jetzt als erstes einfach noch ein bisschen um um einen eindruck zu kriegen wer heute zuhört eine kleine umfrage die jetzt gleich dann auftauchen sehen sollte und zwar könnt ihr hier anwählen in welchem bereich tätig seid ihr könnt auch mehrere arbeitsbereiche auswählen und sehen wir ein bisschen wie die verteilung heute ist leider sehe nur ich die resultate es ist hier im go to webinar so gelöst dass es keine nicht teilen kann aber ich werde euch sobald alle gewartet haben werde ich das dann euch mitteilen okay die meisten haben was geschrieben oder gewählt gebe euch noch ein paar sekunden die die vielleicht gerade noch einen kaffee holen gegangen sind okay also sind ja rund die hälfte 44 prozent im bereich orthopädie technik tätig einige ein drittel von euch im bereich therapie und mit knapp 30 prozent klinik und wissenschaft auch einige aus dem bereich dabei dann ein paar wenige sind aus anderen bereichen und ja so wie ich das gedacht habe die verteilung sehr sehr gut also orthopädie technik therapie klinik wissenschaft fast gleich oft vertreten was mich natürlich freut dann eine nächste frage die ich euch gerne stelle ist folgende auch hier könnt ihr wenn ihr wollt mehrere wählen wählt auch tebris aus falls euch das am meisten interessiert oder interessiert hätte damit wir ein bisschen eindruck kriegen viele haben schon abgestimmt das perfekt was soll ich noch ein paar sekunden zeit also ist ganz klar 90 prozent von euch also die allermeisten interessieren sich für das content plus markulas tracking ich kann euch sagen ich bin auch sehr gespannt und ja ungefähr ein fünftel von euch auch für zebris und opto geht genau da wir jetzt praktisch alles am vormittag haben werden sicher die möglichkeit für euch alle alles zu sehen 80 prozent von euch interessiert sich auch dann noch für das thema was ich abdecken werde mit neuigkeiten und trends in der laufung gang analyse sehr schön und danke dafür eine dritte umfrage noch einfach weil es mich wunder nimmt wie viel schokolade habt ihr denn an ostern gegessen wie ich sehe ziemlich in der waage doch einige die keine schokohasen und eier mögen die meisten haben aber habe gesagt leider weniger als sonst der hause hat mich vergessen ja das ist sehr schade für euch ich kann sagen nur für mich sprechen und sagen mit zwei kleinen kindern die nicht drei ostrasen essen sollen habe ich eher als die antwort drei gewählt ich esse da ziemlich viel schokolade oder beziehungsweise muss meine kinder das weg essen dass sie es nicht in die finger kriegen genau vielen dank ja ich glaube wir können das so schließen ihr seht noch einmal das programm vielen dank für eure antworten und ich glaube wir sind jetzt eingewärmt für franken ich würde dann das zepter ihr übergeben und schauen mal ob sie ready ist franken du bist jetzt presenter also darfst du gerne darfst du gerne starten und auch deinen bildschirm einblenden und ich sehe auch deine präsentation werde mich jetzt kurz in den hintergrund verabschieden viel spaß mit franken und wir sind gespannt vielen dank schon mal genau also herzlich willkommen auch von meiner seite als vertreterin von content plus schön dass so viele teilnehmer dabei sind und ja vielen dank auch an pro physics für die ganze organisation ich würde einfach einen kurzen überblick mal geben was ich so in den nächsten 20 bis 30 minuten vorhab ähm ich würde ganz kurz die neue templo version für 20 21 vorstellen also hauptsächlich die änderungen in der gang und lauf analyse ähm fasse ich jetzt auch schon ein bisschen in den letzten versionen aber insbesondere jetzt für die neue version 20 21 getan hat ähm und würde dann übergehen in einen kleinen workshop beziehungsweise in eine demo direkt in der templo software an genau und zum schluss haben wir bestimmt noch zeit um fragen zu klären falls noch irgendwas offen ist dann einfach in den chat schreiben dann können wir danach noch die einzelnen auf die einzelnen fragen eingehen genau also die templo version 2 21 steht schon in den startlöchern und wir haben insbesondere in der gang und lauf analyse ganz schön viel arbeit reingesteckt und auch da glaube ich einige fortschritte erzielt ähm wir gehen mal runter auf die erste folie ähm genau die wichtigste änderungen in der klinischen gang analyse und in der lauf analyse war für uns die integration von markerlosen tracking das markerlose tracking ist einfach ein automatisierter tracking prozess der im hintergrund läuft der sich also eigentlich wie eine künstliche intelligenz die sich jedes bild vom video einzeln anschaut und ähm über diese intelligenz eben die ganzen gelenkzentren und die körpersegmente automatisch erkennt heißt also man sieht hier im bild schon ganz gut die ganzen gelenkzentren werden automatisch erkannt und werden einfach in jedem bild automatisch getrackt das ganze hat zum vorteil dass ich dann eben eine dynamische analyse habe von den einzelnen parametern über den gesamten bewegungsverlauf während das davor in unserer alten gang und lauf analyse ähm eigentlich eher eine momentaufnahme war von einem parameter zum beispiel von einem winkel den ich in einem bestimmten teil von der gangphase einmal definiert habe kann ich jetzt einfach den ganzen winkel verlauf über den ähm bewegungsverlauf anschauen und kann dann im endeffekt auch defizite erkennen die vielleicht nicht in diesem einen moment moment falsch sind sondern über den ganzen verlauf das markenlose tracking führt natürlich auch zu einer zeitersparendes weil ich keine marke mehr klicken muss ich muss keine marke mehr im nachhinein digitalisieren also einfach in der software nachklicken weil es alles automatisch passiert das tracking muss zwar über das video drüber laufen aber wir sind mittlerweile so weit dass ich während dem tracking auch schon andere sachen in der software machen kann das heißt ich verliere im endeffekt keine zeit ich kann währenddessen schon die event klicken und ähm nach wenigen sekunden habe ich dann wirklich alle ergebnisse zur verfügung ohne dass ich groß selbst noch was machen muss ähm ein weiterer vorteil ist einfach die erhöhte objektivität das bedeutet ähm dass die ganze ähm die ganzen parameter einfach objektiv sind weil nicht test der eins heute misst und test der zwei morgen beispielsweise also die subjektivität der verschiedenen test da fällt in dem fall einfach weg weil test der eins wird vielleicht das kniegelenk bisschen anders klicken wie test der zwei und in dem fall ist eben diese künstliche intelligente prozess im hintergrund der dann das kniegelenk immer gleich setzt heißt also die variabilität zwischen den ganzen testern fällt schon mal weg und was das markerless tracking noch als benefit mit sich bringt ist dass die bewegungs richtung automatisch bestimmt werden kann einfach aufgrund von den von der der erkennung von der person wird natürlich dann auch die bewegungsrichtung automatisch definiert heißt also läuft die person von links nach rechts läuft sie auf dem laufband läuft sie von rechts nach links das wird alles automatisch erkannt genau der nächste punkt was neu ist ist das infocenter das infocenter ist in der ganganalyse verfügbar das bietet einfach eine neue möglichkeit für eine verbesserte übersichtlichkeit heißt also im infocenter finde ich die ganzen informationen zu einem patient also ich sehe hier auf dem beispiel screenshot hier wir schauen uns das nachher auch noch mal in der software an sehe ich einmal die personendaten zur person und ich sehe hier jede einzelne analyse die zu der person durchgeführt wurde worden ist heißt also ich habe hier ein kleines bild wo ich vielleicht noch mal kurz die analyse besser zuordnen kann weil ich auf den ersten blick schon sehe geht die person mit krücken als ich sehe einfach schon die ersten details hier und ich kann auch hier einfach die diagnose beispielsweise mit rein schreiben wo ich einfach schnell durch klicken kann und die hier unten den kleinen bericht dazu sehen heißt also einfach noch mal eine übersicht seite die alle informationen zur person darstellt dann haben wir für die ganganalyse und auch für die laufanalyse eine neue benutzeroberfläche gestaltet und das sind die sogenannten dashboards die dashboards sind erlauben einfach eine dynamische visualisierung von allen analysedaten heißt also ich habe hier meine videos ich kann hier verschiedene parameter reinladen habe hier noch eine tabelle zur verfügung und kann unten die verschiedenen gangphasen definieren und dann auch anspringen das dashboard ist so gestaltet dass ich im endeffekt jedes diagramm selber befüllen kann ich kann selbst entscheiden welche date welche daten oder welche parameter möchte ich für mich sichtbar machen ich kann die grenzen zwischen den verschiedenen dashboard teilen verschieben so dass ich einfach mir das so einrichten kann wie ich möchte und individuell gestalten kann und die ganzen tracking daten können dann über das video noch mal überlagert werden heißt ich kann mir beispielsweise winkel einzeichnen im video die dann auch dynamisch mitgehen ich kann die strichfigur einseiten die vom markerlosen tracking noch mal die gelenk zentren visualisiert und ich kann beispielsweise bewegungsverläufe von einzelnen punkten hier einzeichnen also ich bin eigentlich in der analyse ansicht komplett flexibel die dashboards sind auch in der aufnahme verfügbar da hat es einfach den großen vorteil dass ich mir auch die daten alle live anzeigen lassen kann heißt also ich kann auch einfach mal in die aufnahme ansicht gehen und mir das emg die kraft daten einfach mal im live zustand anschließend entscheiden möchte ich eine ein diagramm in groß anzeigen dann schiebe ich mir einfach zurecht wie es für mich passt dann zum reporting wir haben momentan verschiedene report möglichkeiten das ist einmal der pdf report er ist derzeit verfügbar als schnell report funktion heißt dass ich kann meine dashboards die ich mir zusammengestellt habe und die ich auch abspeichern kann kann ich mir einfach als pdf report ausgeben ich kann verschiedene schnell report seiten erstellen die dann zum schluss zu einem pdf zusammengefasst werden können und dann einfach ausgedruckt bei e mail verschickt werden oder wie auch immer ich kann außerdem video export machen da schauen wir jetzt noch mal ganz kurz auf der sport seite zurück heißt also ich würde von den zwei videos die mir jetzt zur verfügung stehen können natürlich auch mehrere videos sein kann ich mir ein video export machen heißt also ich habe zum schluss ein video wo beide video ansichten enthalten sind wo natürlich auch bewegungs verläufe was auch immer ich in dem video eingezeichnet habe wo das natürlich auch alles in dem video dann eingezeichnet ist und ich habe dann zum schluss ein video das komprimiert ist und beide video ansichten enthält was ich dann dem patient mitgeben kann oder auch mit arzt oder wie auch immer teilen kann das gleiche geht mit dem ganzen der sport bedeutet also nicht nur die video ansichten sondern ich kann wirklich das ganze der sport hier so wie ich momentan in dem zustand habe kann ich als video ausgeben das heißt also auch die parameter sind dann dynamisch dargestellt und ich kann das video zu einem bestimmten punkt fahren wo ich jetzt vielleicht ein maximum im kniewinkel habe noch mal ganz kurz es gibt eben den pdf report wo ich die einzelnen der sport seiten mir als pdf zusammenbauen kann es gibt den video export wo ich in einem video verschiedene video ansichten exportieren kann dann gibt es den der sport video export bedeutet nicht nur video exportieren sondern das gesamte dashboard mit allen daten als dynamisches video exportieren oder dann eben die rohdaten die man dann auch exportieren kann wenn man in excel beispielsweise weiter die daten verwerten möchte dann zur nächsten folie wir haben auch eine neue hardware integration beziehungsweise da ein paar optimierungen bezüglich zebris vorgenommen wir können jetzt die laufbandanalyse mit druckmessung in templo verwenden das ging zwar davor auch schon jetzt ist aber noch dazu gekommen dass wir auch den laufband analysereport von zebris in templo generieren können also wird quasi über die zebris software generiert und wird dann in templo zurückgeholt heißt also ich habe in templo direkt zugriff auf den zebris report von der laufbandanalyse eine zweite integration was bezüglich zebris zu erwähnen wäre ist eine verlängerte druckmessung die durch das andere aneinander rein von zwei messplatten entsteht heißt also ich könnte jetzt zwei druckmessplatten beispielsweise zwei zwei meter lange druckmessplatten direkt aneinander ein um eben eine ganz lange druckmessung zu ermöglichen und beide platten werden dann auch als eine komplett platte in der software dargestellt genau und das war es eigentlich jetzt so von den erneuerungen in der neuen version bezüglich gang und laufanalyse und jetzt würde ich vorschlagen dass man uns einfach mal die templo software anschauen heißt also wir sind jetzt hier in der templo software ich habe die ganz normale daten an datenbank ansicht jetzt geladen und fangen jetzt einfach mal an mit einem beispiel in der ganganalyse schauen uns danach dann aber auch gern noch ein beispiel von der laufanalyse an heißt also die datenbank struktur mit den ganzen personen mit allen informationen die ich haben möchte kann mir hier noch weitere parameter hinzufügen bleibt uns genauso erhalten ich kann jetzt einfach hier klicken um die analyse zu öffnen und kommen dann eben was die ganganalyse betrifft direkt in das infocenter das infocenter zeigt einfach alle daten zu der person die person heißt hier alle analysen die dieser person zugeordnet sind heißt also ich habe hier noch mal ein überblick bekommen hier ein kleines vorschau foto und bekommen die analyse details hier jeweils aufgeführt heißt also ich kann mich einfach kurz durchklicken und auch noch mal die diagnose durchlesen ohne dass ich jetzt die einzelne analyse öffnen muss möchte ich jetzt eine neue analyse machen würde ich einfach hier auf neue analyse klicken es wird sich eine neue zeile dazufügen und ich kann ganz normal über start und stopp wie es bis jetzt auch schon möglich war die aufnahme machen ich mache jetzt keine aufnahme weil ich im moment keine kameras dann habe nach der aufnahme komme ich wieder zurück ins infocenter der button aufnahme ist dann ausgegraut und ich kann einfach in die analyse reingehen unter diesem punkt hier was ich noch machen kann ist die details zu bearbeiten heißt also ich kann hier die bezeichnung von der aufnahme von der analyse eingeben ich kann die indikation hier eingeben den analyst und ich kann hier ein kommentar beziehungsweise die diagnose eintragen all die informationen sind dann eben im infocenter gleich ersichtbar ohne dass ich jetzt die analysen einzeln öffnen muss dann gehen wir mal in die analyse das heißt wir haben jetzt die aufnahme gemacht und kommen dann schon in die dashboard ansicht die dashboard ansicht habe ich vorher schon kurz erwähnt ist eine dynamische ansicht die ich verschieben kann wie ich möchte ich kann mir die einzelnen daten so in der größe anzeigen wie es für mich in ordnung ist ich kann bei den videos auswählen möchte ich ein video sehen möchte ich beide videos sehen ich kann die tabelle bearbeiten und natürlich dann die daten auch selber füllen es ist auch recht simpel zum bedienen weil im endeffekt klicke ich einfach immer nur darauf was ich gerade bearbeiten möchte also möchte ich das video bearbeiten würde ich jetzt einfach ein klick aufs video machen und es öffnet sich das side panel was zum video dazugehört genauso kann ich das in einem diagramm machen einfach ein klick drauf und ich kann mir hier die daten auswählen die im diagramm sichtbar sein sollen der erste schritt nach der aufnahme von den videos wäre jetzt einfach dass man das tracking das markerlose tracking durchführt in dem fall würde ich einfach aufs video klicken ich sehe jetzt hier weil ich das tracking vorher schon gemacht habe sehe ich dass die tracking daten vorhanden sind ich kann diese aber auch verwalten sehe einmal die laterale ansicht also laterale video ansicht hier diese hier und die dorsale video ansicht beide balken sind grün das heißt die tracking daten sind hier schon vorhanden ich könnte die tracking daten jetzt nochmal verwerfen und nochmal neu tracken und kann somit einfach könnte jetzt nochmal ein tracking machen wenn es noch keine tracking daten verfügbar werden kann ich jetzt auch hier unten dann einfach tracking jetzt starten was jetzt ganz neu dazugekommen ist wäre dass ich beide aufnahmen gleichzeitig tracken kann ich spare mir da nochmal ein bisschen initialisierungszeit weil die tracking prozesse direkt aneinander gereiht ist ohne dass er zweimal die initialisierungszeit hat also das sind jetzt einfach so kleine optimierungen die nochmal dazugekommen sind dass ich da nochmal ein bisschen zeit sparen kann was es tracking betrifft während das tracking dann läuft also wenn ich das hier jetzt gestartet hätte kann ich eben auch währenddessen schon ähm beispielsweise die schrittbestimmung machen heißt also ich verliere die tracking zeit jetzt nicht mehr weil ich währenddessen die zeit nutzen kann um schon die schritte zu bestimmen heißt also ich würde hier auf zeitpunkte definieren gehen und dann gehen wir mal zurück wo man vielleicht den ersten schritt sehen das machen wir jetzt einfach mal durch ähm hier wäre jetzt das erste event wäre jetzt der erste bodenkontakt vom rechten bein hier muss ich dann den zeitpunkt auswählen für das erste event das ich setzen will wird dann einfach hier drauf klicken initial contact rechts und kann auch eine tastenkombination dafür verwenden um die events zu definieren das heißt ich würde jetzt einfach die enter taste klicken ich nehme die maus mal runter dass man sieht die enter taste und er hat mir mein erstes event gesetzt ich gehe dann weiter vor und er zeigt mir hier automatisch das nächste event was beim gang kommt das wäre terminal contact links heißt genau hier sind wir ich drücke wieder return und das event wurde gesetzt dann gehen wir vor bis zum nächsten erster bodenkontakt linkes bein event ist ausgewählt und ich bestätige einfach nur mit der enter taste wieder und so gehe ich jetzt im endeffekt durch und mache meine lauf bis meine gang event bestimmung und mit den shortcuts geht es auch recht zügig das heißt ich kann da vorspringen und kann da die events eigentlich recht zügig definieren danke eine kurze frage ja gibt habt ihr eine shortcut liste die wir dann den anwender zur verfügung stellen können gibt es die die gibt es noch nicht aber die können wir gerne erstellen also wir sind auch so weit dass wir das handbuch noch schreiben beziehungsweise das wird gerade schon geschrieben und da ist normalerweise auch so dass eine shortcut liste dabei ist aber wir können sonst auch einfach jetzt auf anfrage eine schreiben weil so viele sind es ja nicht das sind normalerweise mit der leertaste video starten pfeile benutzen und dann für die event definition also das können wir gerne machen genau was ich mich immer frage immer vergesse ist der shortcut wird wenn ich eingezoomt bin wieder raus zum automatisch gerne den gerne auch mit drauf nehmen genau ja machen wir gut ich lasse dich weitermachen ja genau und so habe ich jetzt einfach schon alle events definiert ich sehe unten die ganzen gangphasen kann die auch einzeln anspringen heißt also jede gangphase kann ich anspringen und alles soweit definiert was sich jetzt getan hat während der definition von den events dass sich diese tabelle hier mit den ganzen gangparametern automatisch gefüllt hat heißt also je mehr schritte ich habe desto mehr parameter sind hier vorhanden beziehungsweise desto mehr parameter sind hier auch mit einberechnet und genau und was uns jetzt noch fehlt während dessen ich jetzt die events definiert habe ist ja normalerweise das tracking auch schon durchgelaufen was bedeutet dass jetzt auch die tracking daten verfügbar sind heißt sobald das tracking vorhanden ist fühlt sich auch mein winkel diagramm automatisch ich habe sie jetzt noch nicht mit reingenommen weil ich einfach noch zeigen will wie man so ein diagramm füllt in dem fall klicke ich einfach das diagramm an gehe auf verfügbare daten da gibt es die winkel und ich nehme jetzt beispielsweise die knieflexion mit rein und die hüftflexion so habe ich jetzt das diagramm mit den beiden winkeln gefüllt und die punkte sind sichtbar ich kann natürlich auch hier es bewegt sich alles synchronisiert als video synchronisiert mit den ganzen daten mit unten der timeline wo ich genau sehen kann in welchem teil von der gangphase ich mich gerade aufhalte genau auch im video bild können wir jetzt die tracking daten überlagern das bedeutet ich klicke einmal aufs video drauf kann mir jetzt beispielsweise die strichfigur überlagern wo ich einfach noch mal bisschen kontrollieren kann ob die tracking daten auch alle vorhanden sind oder ob es irgendwo abweichen sollte das gleiche kann ich natürlich von dorsal machen ich lade mir auch hier die strichfigur rein und habe dann in beiden videos die die strichmännchen vorhanden ich kann auch die ganzen winkel mehr reinlagern wo ich hier hier ist jetzt die becken kippung noch dabei da haben wir ja vorher beim feedback von gehört dass das noch nicht so ganz genau funktioniert wir werden es auch jetzt erstmal für den release rausnehmen was ich hier jetzt noch sehe ist die hüft flexion und die knie flexion welche beide hervorragend funktionieren das heißt also ich kann auch die winkel mir dynamisch anzeigen lassen die sowohl die winkel zahl die grad zahl als auch die darstellung hier im video bild verändern über eine taschenkombination die man natürlich gern zur verfügung stellen kann ich auch hier rein zoomen und ich kann auch das gesummte bild verschieben und über eine andere taschenkombination dann wieder raus zoomen was ich mir noch anzeigen lassen kann sind die bewegungsverläufe heißt also ich wähle hier einfach die punkte aus in dem fall habe ich den kopf ausgewählt und das knie rechts also ich kann auch mehrere punkte auswählen und sehe dann die gelbe linie die verläufe von den einzelnen punkten genau wir können auch mal einfach noch einen punkt zunehmen zum beispiel den knöchel wo ich dann auch noch mal unten den gelben verlauf sie was ich noch machen kann auch insbesondere dahin gesehen dass dass das die gelben linien jetzt nicht ganz sichtbar sind wäre hier eine bild verbesserung heißt also ich habe hier verschiedene parameter die ich nutzen kann um das bild die helligkeit besser zu machen um die qualität bisschen zu erhöhen ähm ich kann jetzt hier einfach mal die helligkeit bisschen rausnehmen dann sehe ich jetzt auch die verläufe besser und die bild verbesserung die kann man einmal machen vor der aufnahme dass ich einfach noch mal ähm das live bild schon verbessern kann und ich kann sie aber auch nach der aufnahme machen dass ich die auf aufgenommenen videos auch noch mal verändern kann genau was ich natürlich auch machen kann ich kann die daten die hier drin sind kann ich alles individuell anpassen das heißt das diagramm habe ich jetzt hier als diagramm titel kraft eingetragen erscheint hier ich kann hier aber auch machen wir einfach mal x x y und z dann ändert sich der titel hier x y z und wir nehmen zu der z komponenten die f y und f x noch dazu genauso für den anderen ähm wir können hier noch auf minus 500 gehen und sehen dann den gesamtverlauf von allen daten was ich mir natürlich auch noch mal größer anzeigen lassen kann ähm um das alles genauer zu interpretieren heißt also ich bin hier komplett flexibel es müssen hier nicht die kräfte drin sein wir können auch koordinaten reinladen wir können die druckdaten reinladen wir können das EMG reinladen andere winkel also es ist wir sind komplett flexibel was die darstellung von den ganzen daten angeht genauso bei den gang parametern auch hier muss ich mir nicht alle parameter anzeigen lassen ich kann auch da den tabellen titel verändern ich kann die parameter liste bearbeiten indem ich ähm parameter hinzufüge oder parameter rausnehmen aus der liste und ähm bin dahingehend auch sehr flexibel in der gestaltung genau dann schauen wir uns noch den report an ähm der report ist jetzt eben ganz neu dazugekommen wir haben hier eine report übersicht die wir gleich mal aufrufen das kann jetzt sein ich schließe mal noch mal kurz ich habe nämlich vorher noch report seiten hinzugefügt das kann sein dass er die jetzt noch nicht übernommen hat ähm wir haben quasi jetzt die schnell report funktion heißt also die ähm ganzen dashboard seiten die wir jetzt schon gestaltet haben die können können wir jetzt so in den report übernehmen so dass wir zum schluss eine pdf sammlung haben oder ein ein ganzes pdf haben das aus verschiedenen dashboard seiten besteht vielleicht eine sache noch was ich vergessen habe zu sagen diese ganzen dashboard seiten die individuell gestalteten dashboard seiten kann ich nur so dann als vorlage abspeichern heißt ich muss das nicht für jeden patient extra anlegen und die daten reinladen sondern ich würde jetzt einmal ähm einmal mir das dashboard so anlegen wie ich das haben möchte und kann mir das dann ähm als dashboard abspeichern und das mache ich einfach hier aktuelles dashboard aktuelle dashboard ansicht speichern kann die bezeichnung dazu geben kann auch eine kurze beschreibung dazu geben beispielsweise welche daten drin vorhanden sind und kann mir das so abspeichern und so kann ich mir auch verschiedene dashboards auswählen die ich haben möchte die ich selber abgespeichert habe oder sogar vordefinierte dashboards von uns und kann die dann auch verschiedene dashboards in den report mit aufnehmen vielleicht möchte ich ein dashboard haben wo nur die daten angezeigt sind dann würde ich das dashboard jetzt hier einfach aufrufen und kann das dann auch als report seite dazu nehmen schauen wir mal die report übersicht rein hier sehen wir jetzt die report übersicht da habe ich eben vorher noch ein paar report seiten erstellt heißt also wir haben jetzt hier ähm ein report von neun seiten momentan wo ich jetzt einfach auch report seiten zufügen könnte noch in der report ansicht ist es so dass ich ähm rein zoomen kann heißt also ich bekomme die nächst größere ansicht dass ich die report seiten auch gut sichtbar auf einen blick alle anschauen kann ich kann auch ähm einen doppelklick drauf machen dann kriege ich die ganze seite im vollbild und kann dann natürlich wieder zurückgehen in eine kleinere ansicht so dass ich wieder einen überblick habe jetzt fügen wir mal eine report seite hinzu heißt also ich habe mir die seite jetzt so hingerichtet wie es haben möchte gehe vielleicht noch genau in die position wo ich was zeigen möchte ich kann auch hier noch mal ins video bild rein zoomen wenn wir das vielleicht noch mal ein bisschen größer machen hier dass man sagen wir suchen jetzt hier einmal rein ziehen uns das noch so hin und das möchte ich jetzt so als report seite hinzufügen dann würde jetzt hier unten auf den button schnell report seite hinzufügen klicken und er übernimmt dann diese seite in die report übersicht setzt sie ganz zum schluss wir sehen hier unten 10 von 10 heißt ich habe jetzt 10 report seiten und setzte da ganz zum schluss hin ich kann die seite jetzt einfach mit einem doppelklick öffnen und habe noch die möglichkeit dass ich hier das ganze kommentieren heißt also genau zu der situation genau zu dieser seite kann ich jetzt hier einen kommentar dazu schreiben wenn wir dann wieder zurück gehen in die report übersicht dann sehe ich hier die report seite wird gespeichert und ich habe auch schon den kommentar mit dabei was ich noch machen kann wenn man auch mal die ganze übersicht gehen ich kann die report seite auch woanders hinziehen heißt also ich und ich kann auch entscheiden ob report seiten im pdf das ich hier erstellen kann oder direkt drucken kann oder auch als e mail versenden kann ob ich da alle report seiten haben will oder ob ich welche deaktivieren will heißt also ich kann auch hier seiten deaktivieren und dann werden nur die mit dem grünen haken übernommen dann keine kurze frage hier du könntest auch die daten aus einzel report seite ausgeben richtig die daten genau also jetzt wie zum beispiel hier die gangparameter die parameter könnte ich auch also ich kann ja im endeffekt einfach die parameter so groß ziehen dass die wenn ich jetzt noch mehr parameter drin habe dass die die seite ausfüllen und könnte es als einzelseite mir ausgeben gut genauso gut kann ich ganze ganze listen oder ganze diagramme ausblenden und nur diese seite beispielsweise oder sagen wir mal nur das video wenn wir das noch ein bisschen größer ziehen nur das video mit den kraft daten beispielsweise ausgeben also ich bin an der gestaltung von diesem dashboard völlig frei und kann dann einfach über diese schnell report funktion den report erstellen jetzt denke ich wäre noch gut wenn wir das auch für die laufanalyse noch sehen ich habe jetzt ein beispiel für die laufanalyse und danach können wir auch noch gerne das ist zwar nur ein ganganalyse beispiel aber eins mit druckmessung mal anschauen genau in der laufanalyse bleibt das schema erhalten dass ich hier unter alle aufnahmen meine ganzen aufnahmen habe weil ich da doch einfach verschiedene aufnahmen vielleicht mit verschiedenen schuhen machen will und da eigentlich nicht auf eine analyse fixiert heißt also wir haben weiterhin das schema dass ich hier unter alle aufnahmen meine ganzen aufnahmen finden werde öffne ich dann eine aufnahme komme ich aber dann direkt ins dashboard rein heißt also wir haben hier auch wieder ein beispiel wo die tracking daten schon vorhanden sind auch die die ganzen phasen unten sind schon definiert die ich anspringen kann ich habe hier jetzt einfach mal als winkel die knieflexion drin wir können aber auch da unterschiedliche winkel mit reinladen wir können natürlich auch die tracking daten uns anzeigen lassen was vielleicht auf dem laufband auch ganz interessant ist insbesondere der y-wert von den einzelnen von den einzelnen körperpunkten eigentlich beispielsweise was macht der kopf wie weit ist die hoch die tief hochbewegung im endeffekt also auch hier bin ich genauso flexibel mit einem ganz mit dem ganzen dashboard ich kann im video bild natürlich wieder die winkel anzeigen hier sind jetzt auch schon die winkel integriert die wir insbesondere mit ihm auch abgesprochen haben heißt also beispielsweise der ellenbogenwinkel der die ellenbogenflexion beziehungsweise das läuferdreieck darstellt die oberkörperneigung der sprunggelenkswinkel ist mit drin und ich glaube in diesem video wenn wir da mal noch die winkel mit rein nehmen haben wir auch die schulterachse mit dabei und auch hier sind jetzt hat der ife ja schon gesagt auf anfrage der achillessehnenwinkel und der fersenbodenwinkel mit drin ich zoome da vielleicht mal rein dass man es besser sehen die sind natürlich mit vorsicht zu genießen weil die nur in der standphase auswertbar sind also da muss man einfach schauen dass man da nicht den gesamten winkel interpretiert sondern nur bestimmte winkelwerte trotzdem können wir die auf anfrage natürlich gerne raus geben genau was auch hier noch ganz interessant ist in der in der laufanalyse auf dem laufband sich die verschiedenen bewegungsverläufe anzuzeigen das wäre jetzt beispielsweise das knie wir können aber auch den knöchel rechts einfach mal anzeigen weil auch da sieht man manchmal schon sehr deutlich dass es da zu großen abweichungen kommt hier schaut das jetzt einigermaßen gut aus aber wenn wirklich ein läufer da in der schwungphase insbesondere abweichungen hätte würde man das sehr gut erkennen können wenn ich da mal noch mal rein zu dann sieht man da sehr gut den verlauf vom knöchel wir über das ganze video mit wandern vielleicht da noch kurz eine ergänzung fragen kann wenn ich dort ja klar werden jetzt wenn wir von der seite aufnehmen von hinten werden nur die winkel ausgegeben von der rechten seite weil natürlich das andere bein immer wieder in hinter dem rechten basis linke bein verschwindet hinter dem rechten bein man könnte natürlich die winkel auch ausgeben aber es kann sein dass da auch was verschwindet dass das auf die software dann nicht sieht obwohl es so aussieht dem strich männchen dass es da die strichfigur zeigt dass es da relativ sauber aussieht wird wird nur die rechte seite die sichtbare seite ausgegeben für die die ein laufband besitzen welches richtungsumkehr hat ist natürlich doppelt gut weil dann kann man richtungsumkehr wählen den in die andere richtung laufen lassen gleichzeitig dann die linke seite und die ventrale ansicht für die knieachse und andere winkel vor den von frontal von vorne relevant sind sich anzeigen lassen also die welche laufrichtungsumkehr haben natürlich für das markless tracking auch sehr sehr spannend genau genau auch hier habe ich natürlich wieder meine ganzen report funktionen was ich vorher vielleicht noch nicht gesagt habe beziehungsweise nur in der präsentation kurz erwähnt habe ich kann hier auch den video clip erstellen heißt also ich kann hier die zeit von bis angeben über das video und könnte mir dieses ganze dashboard inklusive allem was ich sehe wo ich auch sagen kann ich will die unten die leichte mit den verschiedenen phasen gar nicht dabei haben könnte ich mir das so als video ausgeben lassen und so dann auch den patienten oder dem athleten mit geben genau jetzt würde ich sagen wir schauen noch ganz kurz das beispiel an mit der druckmessung dass man das auch noch gesehen haben leider ein gang beispiel wir haben momentan kein beispiel mit druckmessung auf dem laufwand aber es ist ja sehr ähnlich da würde ich jetzt einfach ein dashboard auswählen wohne druck ansicht mit dabei ist wie beispielsweise video und druck heißt also ich habe hier meine beiden videos und dann hier die druckmessplatte wenn wir mal nach vorne gehen sehen wir auch dass die druckmessung hier angezeigt wird ich habe dann noch verschiedene optionen was ich mir einblenden lassen kann beispielsweise haben wir jetzt die 2d ansicht ich kann mir das ganze auch als 3d ansicht ausgeben und so hinziehen wie ich es gerne sehen will dass es einfach noch mal der peak verdeutlicht wird ich kann mir die gang linie anzeigen von den beiden schritten ich kann den maximalen druck anzeigen hier sieht man auch mal ganz deutlich die beiden schritte die hier über die druckmessplatte macht und ich kann auch was ich immer ganz gut finde zur veranschaulichung den maximalen druck als schatten ausgeben heißt also der schatten bleibt und während ich jetzt vor zurück geht sieht man trotzdem die bewegung oder die druckmessung messung die momentan auf der platte stattfindet und zum schluss bleibt einfach der schatten war genau also das wäre jetzt ein beispiel mit druckmessung funktioniert im endeffekt sehr ähnlich mit einem laufband wo die druckmessung integriert ist auch hier habe ich meine druckmessplatte die sichtbar ist wo ich sowohl gang linie als auch die einzelnen druckmessungen mehr als 2d und 3d ansicht anzeigen lassen kann und natürlich habe ich bei den dashboards hier auch wieder die möglichkeit dass ich mir größere dashboards also mit verschiedenen ansichten mit diagrammen noch dazu plus druckmessung anzeigen lassen kann das kann ich mir wieder selber definieren so wie es wie es mir passt oder wie ich sehen will genauso kann ich aber sagen ich möchte nur die druckmessung veranschaulichen indem ich die videos vielleicht sogar komplett rausnehmen und die druckmessung hier über sie und noch um 90 grad drehe also ich bin hier eigentlich sehr flexibel rein zoomen kann nicht mehr mal das video noch mal dazu ich kann hier auch in die druckmessung noch mal rein zoomen und mir das veranschaulichen und genauso dann wieder raus zoomen beziehungsweise wird es einfach so hinziehen wie ich sehen möchte und genau in dem stil wie ich mir das dashboard zusammengebaut habe könnte ich jetzt auch die report seite erstellen also die report seite genauso wie das video wird immer von der aktuellen ansicht zu verwendet danke ich glaube wir müssen langsam ja das sehr gut hier schön dass jetzt geklappt hat auch ich habe alles gehört und gesehen das ist perfekt fragen habe ich noch doch hier ist eine frage von gorin vom auto team in solothurn und zwar muss die schrittbestimmung bei der laufanalyse trotz markeles gemacht werden ja genau also diese schrittbestimmung muss trotzdem gemacht werden es kann sehr gut sein dass wir irgendwann den schritt gehen wo wir sagen jetzt können wir sie selber durch markelese tracking definieren dass man einfach sagt von da bis da es ist ja eigentlich möglich aufgrund von verschiedenen körperpunkten die schritte zu definieren aber im ersten schritt wollten wir einfach falls tracking fehler vorhanden sind auf nummer sicher gehen dass man die schritte selber bestimmt und da einfach unnötige fehler erstmal beheben kann oder erst gar nicht aufkommen lassen kann dann einfach eine aussage super report komplement also denke da dass da deckt ihr ziemlich jetzt ab was gebraucht wird vor allem sehr flexibel denke ich also ja da kann man sich das selber auswählen ziemlich einfach zusammenbauen wie man das gerne hätte sag mal noch etwas zu der integration von opto gate oder opto jump wenn das leute haben ist da schon was in der mache oder ist es sogar schon drin wenn man da die gangparameter zusätzlich reinziehen würde die entwicklung hat zwar schon was gemacht aber es ist momentan noch nicht in der neuen gang und laufanalyse integriert heißt also auch in der dashboard ansicht in der parameter liste wird leider noch nicht automatisch übernommen sind wir aber dran und da wird sich auch was tun das wäre natürlich im moment der beste die beste möglichkeit um die gangparameter schnell und einfach automatisiert reinzukriegen wenn man ein opto gate oder opto jump hat genau für die leute die 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 das mitverwenden und sich das gewohnt sind denke ich macht das sinn dann schaue ich noch fragen kurz ob da noch was kam wenn man kann man zwei videoaufnahmen in einen report bringen also zum beispiel aufnahmen von vorne und hinten wenn laufband umgekehrt werden kann also eigentlich die daten von zwei aufnahmen in ein dashboard rein das kann man momentan noch nicht aber ist natürlich vorgesehen dass das noch kommt also insbesondere bei der laufwand analyse dass natürlich beide richtungen vorgesehen sind dass ich dann auch im report linke seite mit rechter seite vergleichen kann zum beispiel aus der lateralen ansicht weil der ifa hat ja gerade schon gesagt es gibt nur die also laufwand rechte seite wird dann nur die rechte seite erfasst dreht man um wird nur die linke seite erfasst und das ist definitiv ein feature das kommen wird auch dass ich verschiedene parameter vergleichen kann und so weiter das sind jetzt einfach noch ein paar schritte notwendig mit zeit normalisierung und so wo wir aber jetzt auch in der entwicklung schon dran sind dann noch eine frage ob es referenzwerte gibt dir dazu packt ich weiß glaube die antwort auch das ist sehr viel am überlegen und konzept entwickeln also ist auch definitiven punkt den wir angehen werden eventuell so dass wir referenzwerte hinterlegen oder auch so dass man die schnittstelle offen lässt dass da anwender selber referenzwerte erzeugen kann und die hinterlegen kann also sowohl beide richtungen weil wir jetzt nicht unbedingt den referenzwert vorgeben wollen sondern einfach da die schnittstelle dafür offen lassen wollen sehr schön dann vielleicht noch als letztes etwas zu der neuen version mit diesen features ist die schon erhältlich ich sagte nach was dazu aber du zuerst also sie steht jetzt im moment so wie sie ist der thomas und entwicklungschef hat diese woche urlaub und er hat versprochen dass er nächste woche die cd version fertig macht sehr schön wir als pro physics werden das immer zuerst kurz testen bei uns und dann gibt es eine e mail an alle die einen inzwischen eigentlich 80 prozenter unserer templo kunden gibt es eine e mail von uns dass die neue version verfügbar ist und die kriegen die mit support vertrag kostenlos und ja die dann auch das marktless tracking modul haben oder 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 bestellen die werden dann das neue dashboard und all das nutzen können für lauf und oder ganganalyse ich glaube 1 2 sind noch interessiert und sprunganalyse das ist so ein bisschen ein nächstes thema dass das das dritte modul sein wird wo das neue dashboard und das marktless tracking zur anwendung kommt richtig gut ja also ihr kriegt eine e mail von uns wenn die neue version verfügbar ist und von uns kurz getestet dass ihr wisst dass wir euch helfen die aufzuspielen und dann ihr loslegen könnt damit genau ich würde vorschlagen wir machen eine kurze pause damit wir wirklich vor dem mittag auch noch marco und alles andere hören können um viertel nach geht es weiter holt euch was zu trinken toiletten pause 11 uhr 15 machen wir weiter hier vielen dank franker ich glaube sehr schöne news auch schon getestet von park hunden feedback gegeben ja klar einige punkte die noch nicht super super sind aber doch ich würde sagen der schritt in die nächste generation ist gemacht was das marktless tracking angeht und ja wir freuen uns also ich freue mich sehr ich hoffe ihr die alle hier zuhört freut euch auch weil sowas hätte ich mir gerne vor zehn jahren gewünscht also ich noch selber laufanalyse täglich gemacht genau also bis gleich viertel nach elf geht es weiter vielen dank franker danke auch würde ich an laura übergeben laura ich hoffe du bist schon ready ja wir sehen dich sehr schön das sieht auch flüssig aus sag mal was ja hallo zusammen bildton und solltest auch jetzt teilen können genau ja so sollte es doch sein perfekt ich würde sagen wenn du bereit bist dann gerne vielleicht zu beginn sagst du ein zwei worte zu dir für die die dich noch nicht kennen obwohl du nicht persönlich neben ein bunter hund bis in der szene und ich bin sehr gespannt das freut mich sehr dass du uns etwas zu deinen erfahrungen deinen ersten erfahrungen mit dem marktless tracking von content plus erzählen kannst märz sicher mal ja dann genau hörte mich guten morgen zusammen ja vielen dank für die einladung dass wir da unseren bericht über diesen marktless tracking übertragen können kurze worte über numosystems wir sind ja orthopädie techniker und arbeiten seit seit 30 jahren bereich dann laufanalyse ursprünglich war das bei der firma das als ich noch in der forschung gearbeitet habe von dieser ganze orthopädie konzentrieren wir uns eigentlich nur auf diese laufanalyse schulberatung lauchstechnik beratung einlagenversorgung und so wie sie es auch hier auf der seite sehen können werden wir oder brauchen wir auch sehr viele schuhe um um die bedürfnisse diese oder unsere sportler athleten zu sehen wir haben die ganze palette von athleten aber wir arbeiten auch sehr 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 intensiv mit top athleten um die top leistung und aber auch die verletzungen zu minimieren grundsätzlich benutzen wir ja grundsätzlich benutzen wir sehr viel messsysteme auch wicon wir haben unsere eigene springbahn und benutzen seit mehr als 20 jahre also seit dem anfang nutzen wir das templo also content plus mit der software und sind damit sehr zufrieden die evolution ist klar jedes jahr können wir etwas mehr damit machen zur erinnerung als ich angefangen habe 25 jahre ein foto aus einem normalen kamera in ein computer ein zu sagen war überhaupt nicht möglich heutzutage wenn wir über transferplattformen videos und athleten und schicken lassen und dass wir analysieren unsere erfahrung mit der sportverletzung die sagen dass es eigentlich drei relevante bereiche gibt die eigentlich die verletzungen verursachen können das ein bisschen das gleiche laufstechnik bewegungstechnik dann ganz klar die feststellung kraftübertragungs fehler wenn wir nochmals darüber und dann das dritte ist das material also bei dem läufer ganz klar schuhe spikes und und alle diverse produkte die die eigentlich benutzen auf den baufluss unsere philosophie darüber gesprochen haben ist wir versuchen eigentlich immer eine optimale symmetrie links versus rechts und eine optimale kraftübertragung also zwischen boden fuß knie hüften becken wirbelsäule also für mich ist so wenig energie zu konsumieren für die optimale leistung und das ist im automobilbereich so das ist im weltbereich so und das versuche ich hier bei unserer arbeit auch so einzusetzen und damit ist auch dann die optimale laufbewegungstechnik in der zusammen mit den körperstücken also je nachdem wie man gebaut ist dieses klar dass man eine gewisse lauf oder bewegungstechnik einsetzen kann und dann klar wir versuchen einfach die energie verlüste durch unnötige muskuläre kompensation zu reduzieren und weil diese kompensation dieser muskuläre kompensation sind auch einen großen faktor oder ein der hauptgründe für stress reaktion im sport ist ein kleines beispiel was diese diese funktionen hoch prüfen beispiel von einer asymmetrie links versus rechts das ist nicht eine seltene sache das sehen wir tagtäglich und das ist meiner meinung nach eine der hauptfaktoren warum das immer gewissene verletzungen einseitig sind und schlussendlich solche asymmetrien sind zum beispiel beim läufer einer der gründe warum dass wir kürzere schritte haben warum das ein schritt kürzer ist auf der einen der seite ist das der andere und warum das gewissene blockade auch immer einseitig auftauchen können sie sehen video ist in unserem bereich ein sehr sehr wichtige hilfsmittel und und wir sehen sehr sehr fertig dass wir mit content plus arbeiten können im schuhbereich ist es ganz klar dass und das kommt immer mehr wir reden immer mehr was hat der schuh für ein einfluss auf die ganze kraftübertragung und auf die leistung hier als beispiel haben gefällt mit karen hussein gemacht drei verschiedene schuhe und zwischen der schlechteste schuhe und der und der beste schuhe haben wir neun prozent unterschied im energiekonsum also das wird in der zukunft auch eine der wichtigsten bilder sein was hat der schuh und immer mehr für einen einfluss auf die leistungsmöglichkeit auf dem energiekonsum neun prozent ist ein riesenunterschied und da spielt auch die videoaufnahmen oder die videoanalyse system spielen eine große rolle zum die effizienz oder der einfluss der schuhe in der gang gilt einfach zu analysieren das ziel vom markeles tracking bei numo ist ganz klar laufanalyse leistungssportler zu machen und zwar wir versuchen immer baufluss versus mit schuhen zu vergleichen wir versuchen schnelle und effiziente vergleiche zwischen mehr produkte oder mehrere technik zu analysieren wir versuchen auch eine evolution der lauf technik zu interpretieren das heißt wenn der kunde bei uns kommt erste analysen dann überlegen wir was da die optimierung wäre und dann nachher die erfolge nach nach kontrollieren zu können klar vergleichen und die verschiedenen produkte trainings wettkampf nagelschuhe und dann klar wir bauen auch einlagen und wir möchten auch versuchen zu klarzustellen was wir die einlagen oder die schuhe umbauten jetzt zum beispiel mit carbon platte was das für einen einfluss hat alle daten die wir sammeln sind zur leistung und trainingsoptimierung vorgesehen aber ein ganz wichtiger punkt der für uns sehr wichtig ist das datenblatt für den athleten das bringt nichts wenn wir ihm etwas großes erzählen und dann haben wir keine keine reports keine pdfs die wir ihm abgeben können oder videos in dem er sich dann diese geschichte nochmals erinnern kann wenn wir jetzt das mache lässt tracking anschauen haben wir niemal die wichtige die wichtige pünfte aufgelistet und wenn wir jetzt zum beispiel fersenstellung auch in den winkel anschauen das ist eine messung die eigentlich mit marceles tracking reproduzierbar ist einigermassen genau also es gibt einige bilder einige ausfälle die das ganze ein bisschen ein bisschen und stabil macht also ganz 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 perfekt ist es hier in diesem bereich noch nicht das gleiche in der abschlussphase es ist zwar reproduzierbar es ist einigermassen genau aber wir haben trotzdem noch sehr viele ausfälle die uns da in gewissen daten nicht nicht ganz einfach interpretieren lassen das gleiche mit schuhe und aber auch hier ist es relativ wichtig dass wir mit diesem markt lässt tracking relativ schnell vergleich also vergleiche machen lassen das heißt barfuß mit schuhen mit verschiedenen schuhen mit einlagen ohne einlagen und das ist der für uns ein ganz wichtiger punkt auch für den kunde zum zeigen dass wir eine evolution haben in diese in diese schuhe einlagen besorgung für uns das ein der wichtigste punkt und die ganze optimierung der lauftechnik unter bewegungsanalyse ist eigentlich was macht das becken also das becken ist ja in der laufstechnik ein der zentralpünkte und wenn wir da optimierung von der und der analyse machen können hilft es uns klare statements zu schaffen und dann müssen wir hier leider sagen dass das mache lässt tracking im moment sehr 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 und stabil ist also fast unbrauchbar man sieht hier auf der rechten seite was und becken achse macht und wie und stabil dass die informationen sind also daraus sehr wahrscheinlich noch viel 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 der arbeit seitens content plus um und da genauer informationen oder die neuere informationen zu schaffen beinachse das funktioniert sehr sehr gut das ist der wir uns da bei uns ein beispiel haben die unterschiedliche beinachse die wir eigentlich sehen können also auf der andere seite haben wir sehr viel fußballspieler standphase standbein und schussbein schussbein die eigentlich nicht das gleiche machen und auch zusätzlich eine andere struktur haben beinachse das funktioniert sehr sehr gut wir haben auch diese ganze geschichte auch noch der abduktionswinkel des beins das heißt gegenüber der das beckentil haben wir diese verschiebung der abduktionswinkel des beins das funktioniert sehr sehr gut sehen wir nachher in der tabelle die wir dann schlussendlich generieren becken kippung haben wir hier auch sehr viel schwierigkeiten die becken kippung ist da auch ein wichtiger punkt in der in der laufung ganz besonders wenn es um schrittlänge oder schrittfrequenz heißt wenn ihr längere schritt haben möchte dann müssen muss ich mehr mobilität im becken haben und damit ist die becken kippung sehr sehr wichtig hier auch nicht so reproduzierbar sieht man auch hier beim bild da oben das ist nicht reproduzierbar sehr sehr viele ausfälle aber ich denke das ist der das ist eine eine evolution sache in den nächsten software updates wird das sehr wahrscheinlich verbessert werden dann ganz klar immer wieder in diese korrelation links versus rechts oder wieder paar bilder diese korrelation ist nicht automatisch bei bei kontemplars die haben wir uns erarbeitet und dann aus der aus der daten herauskristallisiert ist nachher so eine tabelle oder so eine eine zusammenfassung die wir in eine excel tabelle machen das ist die standphase das funktioniert eigentlich sehr sehr gut auch in der abstoßphase haben wir wenig ausfälle aber es funktioniert eigentlich sehr 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 gut und was ganz klar super funktioniert sind die ganze knie fuß hüftwinkel schrittlänge und da sind wir auf der sagittalebene und da können wir richtig sehr sehr gut auch den vergleichbar schuhe und bikes machen und da haben wir einige einige ausfälle aber das funktioniert eigentlich super gut und das ist für uns schon einmal ein wichtiger punkt bis jetzt haben wir das immer so auf ein bild rauskristallisiert oder zwei bilder oder drei bilder jetzt können wir einfach den gesamten ablauf schauen und für eine optimierung evolution des gaunen bildes ist das eine sehr sehr wichtige information die wir jetzt daraus kristallisieren können das nächste ja wohl also ganz klar also der vorteil für von diese ganze mess system ist effektiv dass wir in unserem bereich leistungen trainings optimierung sehr viel information habe über die lauftechnik und die messbaren anhaltsfunk wir können dann vergleiche machen und wie gesagt sind wir ein teil und die datenauswertung oder kann man effektiv daten für den athleten geben hier das ist eine von unserer leben gewinnen und wir effektiv die geschwindigkeit die kadenz die schrittlänge effektiv laufband zerstört oder veränderte grundsätzlich einen teil des gaunen bildes wir versuchen jetzt auch das content plus markless tracking auch für unsere springbahn mit der sprinter einzusetzen da habe ich noch zu wenig erfahrung aber wir sind dabei diese content plus markless tracking software auch unsere springbahn zu benutzen ganz wichtig für uns sind datenbank ist eine datenbank zu generieren was wir auch noch gerne mal möchten und das kann ich ihnen zeigen ist dass wir zwischen verschiedenen ablehnen zwischen verschiedenen disziplinen aber auch dann für kunden die nicht so an diesem top niveau funktionieren sagen können schau mal in diesem bereich in diese sprache der beste oder die drei besten und vier besten die funktionieren so und du funktioniert so und dann die die daten eigentlich vergleichen können hier im beispiel was wir jetzt da an einem kunde abgeben können und wir haben das ist dann eine eigene eigene menschung die wir gemacht haben wir haben die daten exportiert in excel tabelle eingebracht und und hier sind die verschiedenen winkeln die wir jetzt aktiv am kunde geben können leider becken tild und beckenneigung das ist noch nicht noch nicht vorhanden aber das wäre ein sehr interessanten punkt hier ein beispiel der interessant wäre ist die oberkörper neigung oder wo wir auf der einen seite und auf der anderen seite und aber auch dann die unterschiede immer im abstand hier das ist die abduktion abduktion positionen das ist dann hier der abstand von von der maleons gegenüber gegenüber das gleichgewicht und hier haben wir sehr große unterschiede die eigentlich sein können wir haben eine hilfe die blockiert eine hilfe die mobil ist als beispiel wenn sie große größere längere schritte machen müssen oder möchten dann müssten sie abduktion haben dass sie inflexion kriegen und so weiter und so fort das war eingeschränkte hüfte können hier sehr gut dargestellt werden hier dann ein beispiel was wir jetzt mit unserer data bank grundsätzlich aufbauen möchten oder wir haben sie sehen verschiedene athleten und verschiedene kategorie von leuten sie sei das orientierungslauf triathlon fußball 100 meter 200 meter läufer aber auch 100 meter hürden zum beispiel können für unsere springbahn auch hürden aufnahmen machen und hier ist es sehr sehr interessant diese diese daten grundsätzlich zu vergleichen wo sind wo sind die standphase wo sind die verschiedenen kniewinkel was haben die für ein aufprallwinkel vom fuß gegenüber wohnen ist es ein rückfußläufer ist ein vorfußläufer und da können wir dann effektiv die daten analysieren was wir damit machen möchten ist versuchen so mit gewissen berechnungen einfach daraus zu kristallisieren wenn sie ein athlet wo mit kürzere schritte funktionieren was sind alle die faktoren die dazu kommen die muss der fußwinkel sie ein bimo wie muss das kniewinkel sein in der verschiedenen phase ob da korrelation existieren oder nicht und das ist dann sehr sehr interessant wir haben immer mehr daten wie gesagt das sind alles daten die wir dann exportieren in eine excel tabelle einbauen und damit sehr sehr viel information kristallisieren können und das ist für die evolution von der athleten also statt zwei verschiedene sportarten können wir verschiedene athleten da einbauen oder der athlet in verschiedene zeitpunkte wo wir effektiv seine evolution kristallisieren können das heißt wenn einer auf längere schritte laufen möchte und dann ein gewisses trainingssystem bekommt dann können wir hier auch die evolution seine seine bewegungs faktoren anschauen vorteil von markt lässt tracking ist das dass wir effektiv daten datenbanken generieren können wir können relevante parameter erfassen und das ist eine einfache datenerfassung viel viel einfacher als als bei anderen messsystemen wie zum beispiel ein bei kommt es ist sehr einfach diese diese anwendung in eine laufanalyse zu implementieren es ist weniger zusätzliche aufwand das ist nicht so das ist nicht mehr auswand hat es braucht mehr zeit aber wir generieren mehr qualitativen und quantitativen daten das grund problematik wo wir jetzt hier bei numo haben ist wir produzieren zweieinhalb also zwei bis zweieinhalb terabyte video daten pro monate und das ist dann die riesen einschränkung von alle diese diese video analyse system ist eigentlich müssen ein teil der video daten eliminieren um unseren server einfach nicht zum zum crash führen aber ja klar block chain evolution und so weiter wird und sehr wahrscheinlich hier unterstützen in zukunft was für mich noch ganz ganz wichtig ist die ist eigentlich nicht als therapeut ist der auch konstruktive berichte für trainer die frauen wir können dann mit trainer und therapien wir haben sehr eng zusammenarbeit mit trainer haben sehr eng zusammenarbeit mit der weitere therapeuten das heißt physiotherapeut und so weiter und damit können wir auch berichte weiterleiten und für den athleten auch selber information zu haben was habe ich dann gesehen weil die ganze daten erfassen ist eine gute sache der athleten aber auch selber verstehen was geht es ist eine sehr gute basis um uns das alltag zu vereinfachen einige technische probleme sind noch zu lösen haben wir gesehen es sind nicht alle daten anwendbar und wir freuen uns auf die weitere automatisierung weil ich denke in zukunft werden wir effektiv durch die automatisierung eine deutliche vereinfachung unserer arbeit haben es will aber nicht bedeuten dass die interpretation die kompetenz und erfahrung des anwenders reduziert nicht dass es braucht die ganze daten brauchen eine interpretation die ganze daten brauchen erfahrung um die analysieren zu können das war meine zusammenfassung ende der präsentation danke vielmals jetzt hörst du mich wieder nehme ich ja sehr spannend also vielleicht ein zwei kommentare von mir ich denke auch dass das frank da noch ein bisschen licht ins dunkel bringt was das angeht wenn du willst kannst du noch mal deine präsentation einfach öffnen damit wir vielleicht zu gewissen folien noch frauen stellen können ich sehe bei den fragen ich würde zuerst die fragen stellen die gekommen sind und dann selber ein paar kommentare abgeben eine frage ist was denkst du von fabian stelle und der med base in luzern was denkst du wie sinnvoll ist die erfassung der daten beim sprinter mit 12 kmh auf dem laufband wenn er dann in seiner sportart mit mehr als den dreifachen der geschwindigkeit unterwegs ist das ist klar so wie wir diese ganze geschichte ist eine von der von der wichtigsten pünfte oder wir wir versuchen effektiv daten zu erfassen sind aber noch nicht bereit oder sind noch nicht so weit dass wir effektiv live also in der hauptkondition der athleten messungen zu machen und das ist das ist genau wie vorher ein bisschen die einschränkungen alle diese messsysteme und und aber ich denke wir können wenn wir wenn wir auch indormessungen machen wir können immer näher an die und die und die realität des des athleten an arbeiten aber es wird noch relativ viel zeit brauchen ist das bis das ist wie er ist wir schlussendlich auf dem feld beim training oder beim bekampf daten analysieren können aber ich denke wir müssen wir müssen voraus an dieser ganze geschichte arbeiten weil es braucht erfahrung es braucht wir müssen auch nach wie vor müssen wir erfahrung sammeln und die können wir nur in vereinfachte systemen machen das heißt auf dem laufband oder auf eine indor springbahn wir müssen daten können reproduzieren dass wir evolution sehen also die erfahrung wird nicht nur bei den daten erfassen sein es wird auch bei der interpretation sein und das müssen wir in geschlossene reproduzierbare systeme gemacht werden sonst werden wir uns zu wenig gute erfahrung sammeln aber klar es ist problematisch repräsentiert nicht immer der top moment vom athleten ich glaube dass das ist sowieso eine eine challenge wenn wir in sage ich laborbedingungen arbeiten was halt in den meisten fällen relevant ist ja aber dafür können wir auf dem laufband viele schritte in kurzer zeit aufnehmen auf jeden fall auch sehr relevante daten generieren also ist spannend was ihr da auch mit dem mit dem excel macht vielleicht kannst du kurz noch mal die die datentabelle zeigen der übersicht ich möchte einfach da einen kommentar abgeben frank wird dann wahrscheinlich auch noch mal was dazu sagen es gibt ein paar dinge beim neuen marktless tracking die auf anfrage bei bei uns bei pro physix erhältlich sind und eines ein feature davon ist dass ihr ein ein excel file exportieren könnt ich über die kompletten koordinaten des marktless tracking es sind glaube ich um die 30 35 körperpunkte die marktless tracking im grundsatz erfasst werden es werden aber nur ein teil der winkel wirklich von von der software dann auch ausgegeben direkt alles andere was er hier sieht ist über das excel dass man ausgeben kann mit diesen koordinaten x und y koordinaten der einzelnen punkte die erfasst werden habt laura und sein team dann hier zusammengestellt und berechnet und wenn wenn das für euch relevant ist und ihr gerne eure eigenen winkel berechnen möchte immer mit vorsicht zu geniessen natürlich dann könnt ihr das gerne diese anfragen und stellen und und wir werden das mit kontemplos anschauen euch dann das reichalten was vielleicht ja laura kannst du vielleicht noch was dazu sagen wie wie zufrieden bist du mit der mit der validität der daten oder wie was denkst du darüber dass der becken winkel genannt da wissen wir es ist aktuell noch nicht sehr genau was mir fasziniert also ich arbeite seit 20 jahren mit kontemplos jetzt zusammen oder und und was mir fasziniert ist ist einfach wir bekommen immer näher an was wir eigentlich brauchen oder es braucht enorm viel arbeit enorm viel technologie im hintergrund und so etwas zu bauen oder aber für mich ist die evolution der kontemplos eine eine fantastische sache also wir kommen jeden tag oder jede woche mit mit neue updates mit neue informationen und und das hilft uns enorm in die in die optimierung oder in der ganganalyse auch bei bei wenig sportler oder bei leute die hüftbeschwerden haben leute die beckenproblem haben das hilft uns und ich könnte ohne das nicht mehr arbeiten also ein einlagen bauen ohne eine videoanalyse zu machen das kann ich gar nicht mehr also das funktioniert gar nicht mehr ich muss einfach sehen was die und und da ist ich bin von dem bloß sehr zufrieden muss aber sagen es braucht auch sehr viel technologie es ist der immer ein vorderen vordermarsch also wir können nicht sagen wir kaufen jetzt ein system und dann ist es für die nächste zehn jahre soweit oder jeder drei vier jahre alle die neue technologie die bau neue computer mehr mehr stärker mehr kapazität und das ist aber ist motivieren sehr schön ja das ist toll wir haben ja genau ich glaube wir liefern da auch unsere bestes vor allem da an kränzchen winden an unsere supporter renne und 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 erwin die hören zu andrea im mutterschutz die höre ich zu aber die die marken toll job und wir versuchen da natürlich auch kontemplos rücken frei zu halten damit sie möglich sich auf die entwicklung konzentrieren können möglichst wenig support selber machen müssen ich sehe gerade keine weitere frage aber ich hätte noch ein zwei dinge vielleicht zum kommentar was dann aber sicher frank auch noch aufzeigen wird der aktuelle stand was die winkel betrifft es gibt eine übersicht die kann ich euch gerne zukommen lassen das was ich im moment habe ist noch nicht final aber es schaut so aus was nur vor allem gesagt das ist die beckenachse becken kippung die halt sowohl von sagittal wie auch von dorsal nicht ideal ist das ist allen bewusst und das haupt die haupt herausforderung da ist dass die 27 die man von hinten sieht die zwei punkte die genommen werden für die becken achse und auch selbst der von der seite genommen wird für die becken kippung die in die punkte liegen auch sehr nahe beieinander und das heißt die sind dann erstens eine kleine bewegung diese punkte hat eine große auswirkung deshalb gibt es da einfach keine im moment keine zuverlässigen daten für diese winkel auf jeden fall schulterachse von hinten dann auf anfrage achille sind und fersen zu bodenwinkel ist vorhanden dann haben wir von der seite was oft gewünscht wurde von neuen leuten die laufstil analyse machen denn den ellbogenwinkel diesen dieses läufer dreieck das oft in der laufstil dann eine rolle spielt oberkörper neigung hüftwinkel kniewinkel fußwinkel alles sehr sehr genau schon ihr müsst euch vorstellen einerseits das neka im hintergrund die halt trainiert wird umso mehr die trainiert wird mit verschiedensten läufern und auch in der gang analyse mit den leuten umso besser wird die und das ist ein laufender prozess das heißt mit jedem update wird es besser auf der anderen seite ist das könnt ihr euch vorstellen wie ein künstliches künstliches auge wenn ihr mit schlabber hose dasteht und einen dicken pullover ist werdet ihr vom auge keine exakten punkte legen können also wenn ihr da einen winkel einzeichen müsst wäre das natürlich schwierig genauso funktioniert die kai auch sie wird umso besser desto längere wenige kleid und die person an hat ich weiß nicht auch erfahrung damit gemacht ja ja also wir müssen die die sehr 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 wenig sehr wenig angezogen sein also mit sehr enge enge und kurze shorts und auch frauen sport behal gut anliegend oder und dann haben wir die beste messdaten das ist so und die farbe spielt dauer eine rolle oder so schwarz ist immer gibt immer ein bisschen weniger gute resultate blau ist ein bisschen besser rot ist kein problem hat kein problem aber effektiv die enge bekleidung ist und die kleine die bekleidung ist dann desto besser ist ich habe zwar die erfahrung gemacht mit demos die wir hier schon halten dass wenn jemand einfach im t-shirt das nicht allzu weit ist und den jeans auf dem laufband geht oder läuft dass jetzt die meisten winkel schon relativ gut sind als nicht so wir sprechen jetzt von von den letzten zehn prozent wenn wir von hundert prozent sprechen aber wir kommen da auch schon bei otto normal bürger zu sehr guten daten ohne dass der sich jetzt den laufklamotten schmeissen muss was ich noch sagen wollte ist wenn ihr wenn euch die becken achse sehr wichtig ist die dann wäre eine kamera von ventral also von vorne entscheidend weil da nehmen wir die zwei punkte sie aus die sind weiter auseinander und liefern deutlich bessere daten also wenn becken für euch wichtig ist bitte sicher eine zweite kamera von vorne auch dazu nehmen weil auch die beinachse ist von vorne natürlich deutlich am besten also davon was welche winkel für euch die wichtigsten sind also eigentlich wenn man das becken optimal erfassen wo möchte oder müsste man sie aus müsste man auch sie sich nur sagen also 17 erfassen können weil das gibt ja diese torsions problematik die wir wieder bei wenn ich hoffe sehr viel sehen und nur von vorne ist eine gute informatoren muss man ist das gar nicht so da arbeitet optimal wäre definitiv und ohne von hinten und von der seite können können information haben dass wir auch diese torsions probleme erkennt könnte lösen aber im zubereich ist das wichtig dass wir kommen also ich finde dass ihr für mich ja wie immer die die eierlegende wollmilchsau ist noch nicht erfunden ist natürlich aber ja also sechs sieben kunden von uns arbeiten schon damit seit herbst und und machen ähnliche erfahrungen wie loro haben inputs gegeben und deshalb mit der version die jetzt rauskommt schon einiges sehr automatisiert franker denke ich wird gleich noch erzählen was dazu kommt noch was letztes lohrer wir haben da noch ein auto jump gesehen auf dem laufband nutzt du das im moment oft oder nicht ich weiß in reinfelden hast du das auch im einsatz sag mal was zu der integration in templo mit mit dem auto jump oder optogate ja die problematik das ist das dass du alle diese system zusammen nicht benutzen kann oder das ist nicht immer oder mit einem oder mit dem anderen also das sind noch integration sie noch nicht ganz 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 sauber aber ja ich möchte gerne opo jump noch mehr benutzen obwohl das hauptziel ist dass wir optogen doch der springbahn mehr einsetzen können und und mit dem produktion wird kommen wird das uns die möglichkeit geben das wird das kontemplars mit vier kameras auf unsere springbahn installieren können oder verschieben können dass wir dann auch noch viel mehr informationen über optogen haben können weil grundsätzlich also mit mit der athleten mit der speichern ist ist die sind alle die schrittlänge die belastungszeit relativ relativ wichtig oder und und also es gibt gewisse der athleten die eigentlich auf der oder eine athleten die eigentlich auf der schrittlänge auf sein der seite zehn zentimeter kürzeren schritt hat auf die andere seite das heißt doch 400 meter ist das ein riesen unterschied und das sind so detaile wo schlussendlich im weltbereich enorme enormen einfluss haben wie schnell dass man laufen kann und mit dem mit dem optogen das sensationell wenn wir das noch präziser erfassen können also wir benutzen was noch nicht ganz zufrieden stellen weil eigentlich in die integration integrationen kommt kommt etwas ist noch nicht ganz das was ich gern haben möchte aber wir spielen sehr gut das freut uns ja vielen dank noch mal ich ja noch mal kurz in die fragen rein ob noch was gekommen ist mich halt los von der real klinik bellikon frau auch noch habt ihr bereits erfahrung mit prothesen fehlbildungen und so weiter funktioniert die messung auch schon ich kann sagen ich habe mal mich euer video mit dem tracking durchgeführt es war mit dem prothesenträger es war nichts ganz smooth also es gab nicht nur gute daten aber vor allem von der seite war es eigentlich ganz ganz gut also hilft knie fußwinkel oberkörper neigung hat gut funktioniert aber dann brauchen wir einfach noch mehr infos dazu weitere videos wenn es geht von euch um das ein bisschen rauszufinden ich denke da sehr die prothese sehr ähnlich aussieht wie ein funktioniert das ganz ganz gut ich weiß nicht ob du schon erfahrungen mit bildungen oder prothesenträger hast wir haben wir haben ausprobiert mit prothesenträger und ja schon ein kompizierter weil wenn du karbon karbon prothesen benutze ich oder dann du sagst dass der 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 flue ist einfach nach hinten gegenüber das menschenbein einfach nach hinten schoben ist weiß dass ich nicht genau wo er suchen soll das ist noch also mit normaler prothese funktioniert einige maße womit mit springen aus naja das klar da müsste das system natürlich wieder trainiert werden aber denke wenn es menschen ähnlich aussieht dann funktioniert das funktioniert das ganz gut genau ja noch mal rein beiden fragen sie noch eine frage mit spikes auf dem laufband ist es kein problem ist die frage also die heißen die springtex ist kein problem läuft dann funktioniert normaler gott vielleicht problematisch ja also springtex das sind ja aluminium lamellen mit gummi das funktioniert relativ gut es kommt auch die länger von der speich das ist so auf dem laufmann ziehen wir die speiches raus oder meistens aber wenn wir dann ganz ganz schnelle sachen machen möchten also über 15 km also ich lasse meine athleten nicht nicht schnell aus 15 km aufs laufwand laufen weil wir die sicherheitsgruppe nicht haben aber dafür haben wir die springbahn und mit der springbahn und die folge aus mit der speiches mit mit den nagel drin wenn sie vollgas und das funktioniert dann noch eine frage von christoph borgeron er hat gefragt ob man aufs auto geht verzichten kann wenn man markt das tracking anwendet im moment noch nicht im moment ist die schrittbestimmung im neuen dashboard noch händisch das ziel ist dass man aber die gangparameter dass das automatisiert wird und als nächstes kommt eigentlich die normalisierung das eigentlich wenn wir das die schrittbestimmung hier zeigt auf händisch machen dass dann die oder semi automatisch sage ich mal im moment in der software drin dass dann auch die normalisierung auf 100 prozent gangphase möglich ist über mehrere zyklen das heißt dass man dann eigentlich alles zusammen in einem in einer kurve drin hat so wie er das auch aus der klinischen ganganalyse kennt ja was was ihr noch beim auto relativ gut ist was wir dann mit mit dem kontakt noch nicht so weit sind ist bei der auch hinsehen operierte leute die eigentlich eine verspätete abschlussfaser haben das sieht man beim auto geht sehr sehr gut beim video sieht man das auch so ein ja sehr gut dass du hast dann natürlich die ganzen möglichkeiten aus also wenn dürfte euch gerne denke ich auch bei loro melden wenn ihr dazu fragen habt wie das eine oder andere in kombination oder einzeln funktioniert ja dann schaue ich noch mal ich glaube das waren alle fragen sonst können wir dann im anschluss an frank als präsentation das noch mal aufgreifen vielen dank loro noch mal wir sind wieder live ich hoffe ihr konntet alle die kurze pause geniessen und ich würde jetzt an marco übergeben ich denke vom programm her werden wir so halten dass wir so bis halb eins machen würden wenn das für euch passt und dafür am nachmittag da ist keine präsentation hält das kippen also ich denke dass wir dann bis halb eins mit dem webinar durch sind einfach für eure planung und damit ihr ein bisschen wisst was läuft also nun ungefähr drei vierte stunden mit marco und alessandra wir sind sehr gespannt ich weiß dass marco spricht sehr gut deutsch und alles andere wird euch auch englisch unterhalten aber das ist kein problem die meisten von uns verstehen sehr gut englisch also welkom alles andere und ich spreche nicht mehr lang sondern übergebe an marco damit er seine präsentation zeigen kann so marco jetzt müsstest du die möglichkeit haben zu übernehmen sehr schön wir sehen dipel im moment ja aber ich habe der andere die möglichkeit du hast ein kleines drop down unter dem show button bei sharing ok und dann kannst du auswählen welches fenster das man sieht ok machen wir so ja genau ok so sollte einfach meine meine präsentation angezeigt sein oder sie ist angezeigt ganz genau ok ok perfekt vielen dank an profisics und an euch alle so die dabei seid mein deutsch ist ziemlich schlecht stimmt nicht was der rips gesagt hatte ich hoffe es ist verständbar aber im fall ich kann auf italienisch oder englisch auch antworten wenn etwas nicht klar ist heute sind wir zu zweit von microgate und zwar bin ich dabei ich bin einfach der vertriebsleiter und product specialist für training und medical application und die alles andere hilft mir hier sie ist unsere wissenschaftliche wissenschaftliche leiterin ok sie ist mit uns seit zwei jahren und sie hat in letzter zeit viel gearbeitet um die ganze reporting von optogate und jaco ein bisschen zu einfacher und ein bisschen zu öffnen schöner zu machen und zu integrieren die die präsentation wird hauptsächlich in drei teile geteilt ich werde eine erste einführung sagen wir auf die methodologie und produkte von uns die für gang und bewegungsanalyse support geben können die alles andere dann wird ein bisschen mehr in die neuigkeiten eingehen so neuigkeiten von was sind die nächsten liefernungen die wir haben und dann für die letzte teil wird sie einige erfahrungen von uns und einige arbeit wo sie mitgearbeitet hat die interessant sein könnten für gang und laufanalyse so selbst spezifisch auf die zwei thema der tage ok das ist etwas das vielleicht wer uns kennt und wer auf andere webinar teilgenommen hat schon gesehen hat ich wollte für alle etwas sagen um zu verstehen was wir anbieten also wir sind eine firma aus südtirol und wir sind gestartet von feld applikationen was heißt dass wir alle geräte die wir gedacht und den titel haben sind vom felder ausgekommen so vom trainings training 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 arbeit ok so was wir anbieten ist am ende eine lösung die portable ist wie hier geschrieben ist aber die ganz einfache und ganz flexibel benutzt sein könnte entweder alles mit alle produkte zusammen oder auch nur mit einem einzelnen von dieser produkt wir können auf verschiedene themen euch support geben von mobilität und flexibilität bis zum analysen von verschiedenen bestimmten bewegungen wie sprung oder gang oder lauf ok also wenn wir die linie folgen oder diese protokolle folgen die auf der hier angezeigt ist werden wir auf die erste drei auf die erste drei elemente ein system haben der heißt jaco das ist einfach ein immunsystem so ihr seid alle techniker so ihr weiß genau was ein immunsystem ist hier habt ihr ein bisschen einige fähigkeiten der system so es ist so die details und wir wir anbieten diesen instrument um auf mit der gleichen instrument auf verschiedene ebene zu arbeiten genau wie gesagt von basis bis zum eine bestimmte andere bestimmte lösung also die erste applikation wenn wir diese linie folgen ist bei mobilität so in dieser in dieser nutzung funktioniert das system wie ein inversus pendulus und wir können einfach das system als ein gognometer benutzen das heißt wir können grad messen aber zusammen mit grad was wir messen sind beschleunigung so das heißt wir haben die möglichkeit auch qualitativ die bewegung zu verstehen nicht nur wie viel du bewegst so wie viel deine schulter bewegt aber auch nicht welche flüssigkeit so fluidität und mit welcher geschwindigkeit ok das ist eine ziemlich interessante analyse wenn man in reha arbeitet aber auch wenn ich für ein läufer eine analyse geben sollte die die ganze struktur seines körper die die daten von die ganze struktur seines körper nimmt die zweite die zweite möglichkeit immer mit der gleiche system ist den system für den sway-analyse zu benutzen so balance control es ist sicher nicht die gleiche sache als pressure-analyse aber wir arbeiten als com also wir identifizieren com oder besser wir identifizieren den punkt wo den jaco steht und vor dort können wir mit den ganzen beschleunigungen die räumliche und geschwindliche sagen ich weiß nicht ob man sagen kann aber wir können die ganze räumliche daten haben die geschwindigkeit daten haben und beschleunigung und leistungsinformation geben von die verschiedenen bewegungen die man auf diese punkte registriert sind der letzte teil dieser system geht für kraft kraft anwendung und besser gesagt es ist um eine profilation der kraft zu machen für für ein gewicht bewegung und auch für training mit biofeedback so mit einem einzelnen kleine device könnte man auf verschiedene ebene arbeiten und verschiedene fähigkeiten unsere athlete oder unsere person besser zu verstehen und auch messen weil das ist meiner meinung aber ich habe auch in der vorherige präsentation gehört man kann nicht nur die biomechanik anschauen und auch auf die biomechanik arbeiten ohne zu wissen was wir von ein athlete vor uns haben das heißt wenn eine keine beweglichkeit auf knie hat könnte sicher nicht richtig gehen oder richtig laufen wenn wir die linie folgen werden wir auf der zweite device eingehen und es ist optogate auch hier habe ich ein bisschen die technische details des system gelistet ihr könnt ihr könnt ihr vielleicht weil wir haben auch in der vorherigen präsentation den system gesehen aber sowieso immer auf die gleiche idee und die gleiche methode auf die gleiche entwicklung methoden haben wir hier ein system die keine kalibration braucht das heißt ich kann einfach auf dem pc mit dem pc verbinden verbunden und dann arbeiten ich habe keine license based pricing so ich habe meine system und mit diesem system habe ich alle update und zukünftige update dabei und ich habe ein system die ein gold standard ist system startet in auf dem market zu sein am ende des 90er mitte der 90er so das heißt jetzt im moment haben wir ungefähr 2000 verschiedene private studien die mit diesem system gearbeitet haben es ist die haben auch als gold standard mehrmals benutzt für räumliche und zeitliche welche sind die applikation von dieses system also es ist ganz flexibel vielleicht kann ich sagen das ist einer der mehr erfolgreiche systeme die wir haben spezieller weise weil es ganz einfach und ganz schnell zu benutzen ist ok ich habe hier ein paar fotos von verschiedene erfahrungen so von studien von gang analyse von kinder mit gedicht auf den rücken bis zum lauf analyse bis zum beispiel ganz recht in der mitte eine universität anwendung wo den system mit dem wikon oder mit qualis zum beispiel integriert wurde und auch unten in der mitte eine lösung wo der system als für switch benutzt wurde und mit ein elektronographie system verbunden wurde und ganz links unten auch beim arbeiten mit dual tasking und biofeedback die bewegung die wir hier sehen sind nicht alle aber ich habe probiert ein bisschen die verschiedene möglichkeiten zu listen so wie gesagt gang lauf lauf auf dem laufwand gehen auf dem laufwand und sprung und richtungswechsel sie beim letzte letzte fotos ganz unten was kommt von optogate draußen als nummer am ende ganz einfach zu sagen wir messen räumliche und zeitliche daten direkt das heißt auf dem boden werden wir einen lichtteppich kreieren und wir wissen genau in welcher millisekunde welches licht unterbrochen ist von dieser information die wir direkt messen können wir verschiedene parametre parameter kalkulieren und verschiedene parametre anzeigen wir haben hier eine view von diese ganze räumliche und zeitliche information die wir für lauf zum beispiel haben aber es geht gleichzeitig auch mit ganganalyse einige beispiele von asymmetrie variabilität von flugzeiten kontaktzeiten und zum beispiel kadenzen ok und ich wollte ganz unten auf der rechten seite zeigen dass wir bis zum detail den kontakt eingehen können so wegen dieser möglichkeit bis zum 1000 hertz die daten zu erfassen können wir in detail die verschiedene phase des kontakt zu bestimmen das heißt erste kontakt stabilisieren stabilisieren so footflat und die propulsive phase am ende des kontakt dabei mit dem system gibt es immer eine qualitative verbindung system ist fast immer mit zwei webcams oder ein webcam benutzt wir empfehlen immer mit webcams zu arbeiten weil ansonsten versteht man nicht was man schaut so die daten werden nur nummer sein ohne eine direkte verbindung mit was passiert ist und die die video die man die man registriert sind automatisch synchronisiert und ihr könnt auf dem video auch ein bisschen sagen wir spielen oder einige sache einfach messen das heißt hier in dem in dem beispiel ist ein winkel auf dem knie gemessen da wir keine kalibrierung keine kalibration anfragen wird diese winkel sagen wir eine ja eine qualitative messung es ist keine quantitative und richtige messung es sollte nur dem benutzer helfen um dem die bewegung besser und ein bisschen mehr in detail zu verstehen ich wollte hier genau eine direkte beispiel anzeigen ihr solltet meine video sehen mit und einige laufbeispiele ok das ist was man auf dem beim benutzung erhält so ich kann ganz einfach starten und wenn ich starte system registriert hier alle alle daten ok von kontaktzeit bis zum beschleunigung jeder schritte mit wie gesagt der detail von meine kontaktphase oder ich kann ein einfacher nur die mittelwert anschauen und die ganze information ein bisschen einfacher und auf asymmetrie und variabilität zu fokussieren das bin ich also als läufer so nicht ein berühmtes oder professionelle leute was man aber ich nehme mir als beispiel weil es ist immer sehr schön diese sache zu schauen normalerweise als approche sagt man einfach diese graue daten und alles was grösser als 5 prozent könnte man nachher ein bisschen nachgeschaut und ein bisschen in detail analysiert so wir haben ja ich will noch eine kurze anmerkung machen entschuldige ich habe ja wohl gut hier das laufband da sieht man ja gar keine balken vielleicht da eine anmerkung happy cosmos hat in zusammenarbeit mit micro gate laufband herausgebracht wo die opto gate balken integriert in die seite sind deshalb sieht man da keine balken ich glaube das ist ungefähr ein eineinhalb meter system dass sie da integriert habt und für die anderen die jetzt einfach die balken haben und die aufs laufband stellen da gibt es in der zwischenzeit von happy cosmos auch klammern mit denen man die balken ein bisschen besser befestigen kann auf dem laufband richtig vorkommen ja alles richtig man sieht hier vielleicht sieht ihr auch die kleine letzte ein rotes led und eine grüne letzte das ist genau ein meter und halb bis in integrierte balken genau so ich wollte nur hier noch ganz kurz weiter gehen um zu zeigen was man machen kann weil wenn ich diese 8.1 prozent asymmetrie sehe ich kann ich weiß nicht ich mache nur ein beispiel okay ich kann mir nur ein marker hier setzen das heißt okay das ist meine rechte oder linke linke seite okay ich kann als overlay setzen das heißt ich habe hier immer meine linie und ich kann langsam weiter gehen bis bis dem andere und ich kann verstehen warum diese acht prozent verschiedenheiten zeitliche verschiedenheit als flugzeit auskommt das heißt mit einer beine komme ich fast 20 cm höher hinter als mit dem andere so ich kann nachher die ganze bewegungsanalyse machen also kinematik und schauen warum warum bewege ich mich nicht so gut wenn ich den fuß nach der propulsion mitnehmen eine andere eine andere sehr schöne anwendung die ich normalerweise zeige ist diese und zwar die vergleichung man kann ziemlich einfach verschiedene test vergleichen ohne 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 schuhe mit schuhe oder mit verschiedene geschwindigkeit oder vielleicht in zwei verschiedene momente so ich habe test 1 test 2 beide als mittelwert und die differenz zwischen die zwei test so und ich kann alles ausdrücken genau und die letzte sache dass ich sehr sehr mag ist wenn ich eine inkremental test genauso weil wie ich mein metabolik analyse machen oder wo du max analyse kann ich auch meine biomechanische analyse machen so dass ich hier sehen kann wo dem biomechaniker zielpunkt gibt sagen wir von meinen athleten zum beispiel hier habe ich meine kontaktzeiten ok wir haben gesagt das sind vier verschiedene test von 12 bis 17.5 kmh und kontaktzeiten werden immer kleiner sein in theorie es ist immer so wenn ich schneller gehe sollten die kontaktzeiten immer kleiner sein aber es geht bis dem moment wo ich dem bewegungsmodell ändern sollte das heißt in dem moment sollte ich eine neue bewegungstrategie nehmen und mit dieser bewegungstrategie nehmen vielleicht gehe ich in overlapping in overstraining oder in andere verschiedene situation und meine kontaktzeiten werden wieder nach nach oben so länger sein ok ganz genau werden die flugzeiten flugzeiten angezeigt und ich kann beide absolut mittelwerten die daten oder zum beispiel nur die asymmetrie anzeigen oder nur rechts nur dringend oder die variabilität so das ist eine sehr schöne möglichkeit des system es nicht viele personen benutzen und speziellerweise bei universität habe ich fast immer gesehen dass die machen die ganze daten auf excel rauszunehmen und darauf zu bearbeiten aber man kann viel auch direkt von von dem software machen und im fall auch direkt die kalkulierte daten in excel exportieren vielleicht auch noch mal eine kurze inzwischen kommentar jawohl bitte viele viele nutzen das natürlich auch für eine verlaufskontrolle ein und desselben patienten mit dem gleichen test also in der therapie in der klinik und uns in der analyse dass sie eigentlich eine eingangskontrolle machen einen gang oder ein lauftest sich die asymmetrien anschauen und dann während der therapie während dem training und dann am schluss zum training eigentlich noch noch mal eine messung machen dass sie drei punkte haben und auch vergleichen können wie hat sich der einzelne parameter über die zeit verändert ist zum beispiel bei einer verletzten person die dann in der therapie ist haben sich die hat sich das linke und rechte bein wieder angeglichen ist die symmetrie wieder besser also dieses tool das du jetzt gerade gezeigt hast ist ist für zwar intra individuelle vergleich mit die verlaufskontrolle aber dann auch jetzt bei athleten wenn man verschiedene athleten miteinander vergleichen will dann speziellen parametern ja das wird das wird auch viel zum beispiel beim fußballmannschaft benutzt um zum beispiel die tendenz von den ganzen von die ganze mannschaft zu sehen zum beispiel sprunghörer die nehmen alle athleten mit die machen eine einfache report wie diese die ich jetzt gemacht hatte und die haben die durchschnittliche und beste und schlechte sprung zum beispiel oder die kraftiger und wenig kraftiger sprung genau danke ok da ich ganz schnell gehen wollte um dem um die präsentation weiter zu alessandra zu geben ich werde einfach bei meine letzte leid und ich wollte nur kurz auf einige kleinigkeiten mit euch mitbringen es gibt eine neue extra also verlängerungsbalg möglichkeit wir haben ein 50 cm verlängerungsbalg und warum haben wir diese 50 cm so halbmeter balken gemacht weil bei vielen kunden die arbeiten mit großen und professionellen laufbänder und die wollten gerne mehr flexibilität zu den gängern oder zu dem läufer geben so dass er muss nicht in diesem meter drinnen bleiben sonst kann er sich auch ein bisschen auf dem laufband bewegen so wir haben diese weitere 50 cm beispiele gemacht so dass wir können eine ganze 150 cm lange laufbahn benutzen sagen wir bei 100 100 prozent auf der rechte seite es ist noch eine kleinigkeit es ist der kleinigkeit weil man sieht es nicht was wir gemacht haben und zwar wir haben die ganze palette von portable devices von witi witi sam und jaiko mit einer neuen bluetooth module erneut das heißt drinnen gibt es eine neue bluetooth module und das hat uns die möglichkeit gegeben bei eine mobile tablet basierte lösung zu gehen die neue app wird mit zwischen september september und oktober 2021 auf dem markt gebracht aber alle geräte die von sagen wir die letzte geräte die sind alle mit dem also wenn für mich keine weitere frage gibt sage die alessandra wird jetzt ein bisschen auf die neuigkeiten von software und von integration zwischen jaiko und auto geht weitergehen und nachher mit der nächsten thema das heißt die erfahrungen seien wir die wir gehabt haben also wissenschaftliche erfahrungen ja vielleicht hier der kommentar noch zu den neuen bluetooth lösung betrifft die lichtschranken die ampel lichter und den jaiko für die app ich glaube ihr habt auch die idee die app später für opto jump und opto gates zu verwenden wie sind da wie ist da der entwicklungsstand also im moment nicht also im moment diese 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 möglichkeit wurde nicht gedacht da wir also wir denken tablet ist nicht die richtige lösung um den daten von opto gate und opto jump zu haben und zu analysieren so wir haben probiert technischerweise könnte es machbar sein aber im moment ist nicht geplant sagen wir so ich glaube es geht ja vor allem darum den controller zu ersetzen den ihr verwendet für lichtschranken und ampel lichter nein das heißt zum beispiel es gibt felder wie zum beispiel in physiotherapie wo dem zeitmesser oder der zeit die konsole nicht benutzt ist und andere felder wie zum beispiel auf dem fußball im feld mit lichter und regen und was weiß ich das vielleicht besser mit den konsole zu arbeiten als mit dem tablet so für die verschiedene felder werden vielleicht zwei verschiedene möglichkeit in den controller geben aber dann auch neu die möglichkeit die app zu benutzen ja genau genau so ok dann übergebe ich an alles andere richtig ja ich glaube es gibt im moment keine fragen im grundsatz aber sonst dann am ende der eurer präsentation noch die frage genau ok ich kann die verschiedene slide auch selber direkt von meiner präsentation weitergehen und die alessandra kann drauf sprechen ja sie wird auf englisch reden also kein problem ist besser als mein deutsch so hallo ich lerne deutsch aber ich spreche noch kein deutsch so i'm going to speak english because it's much easier for me i'm really trying to learn about but it's going to take time i get so in this first slide i'm going to show you some of the new parameters we added to the record of running and working if you use a cycle together so this first slide basically show the postural parameters that you can now get there when you use cycle you can place the cycle on the on the waistline with a belt or you can use an hardness and then put it on the trunk as you see you can have multiple parameters you can have the area of motion the length of the movement in the interior posterior direction and in the middle direction and then we have also tried to add some information about the obiquity and the tilt angle during working and running but we are still in the process to verify this data so we are actually now collecting some data and that's why i'm not with marco today but i'm at the university of verona where we can use the biomechanical lab to do all the validation of the verona of gyco you can move on the next slide so in the running report is the report where we added more parameters one of these is the duty factor that you will be able to find below the list of temporary parameters this is because usually when you evaluate runner what you want to see is a short contact time because in the scientific literature they have demonstrated that if you have a shorter contact time then it means that you have a better running economy but the problem is that sometimes contact time is of course dependent on some speed like marco was saying before usually if you run faster then you have a smaller contact time instead the duty factor is the percentage of the total time between steps or strikes that the foot is on the on the ground and so this is in some way is a bit less dependent on the the actual running speed and that's why we have added it on the on the record and also because there are actually a lot of papers talking about the parameters now other parameters that we added are these three that you can see here the elevation the alpha angle and the vertical stiffness elevation basically represent the vertical oscillation of the center of the center of mass during running and this one is useful to evaluate again the economy of running because of course when you run your purpose is to move forward and so you want to keep this elevation as small as possible then we also added other two parameters the alpha angle that in some way is related to this elevation parameter because basically we computed just starting from it and you can you can move to the next slide but you can see it also from here I think so we basically define it as the angle between the tangent that is created from an arc drawn from the contact of one foot to the contact on the other foot and that angle is negatively correlated again with the economy at every speed we found a lot of literature about these parameters that's why we decided to add it and finally we we also add the vertical stiffness this because when you talk about gait both in walking and running you can model the human body as basically as a spring and so when you basically model something as a spring you need of course to find the coefficient of elasticity of the spring and so this vertical stiffness stiffness is basically this elasticity constant and thus we also added these parameters because if you have a good vertical stiffness that means that you can use in a good way your energy and your elastic energy while running so increasing your speed and having a better metabolic metabolic rate so again also this constant is correlated with the running economy so you can move on okay finally we added this part of the record that is basically the most the biggest change we did and this is the result of a study that i did in microgate since when i arrived basically the question was that if it was possible to find a correlation between the data from a first platform so the ground reaction force in particular in particular the vertical component and the data from the acelerometer so in this case the gyco and the question was important because of course the best scenario is that if you can use a treadmill or a lab where you can run on force platform or sensor then it's the best possibility you have because you can evaluate the impact but of course it's not the case for everybody so we know that when you evaluate the vertical component of the ground reaction force there are some typical parameters that are more or less always present usually there are two peaks but actually it depends on the way you strike the ground but then we are going to see it later and we basically try to collect some data to see if it was possible to get more or less the same something not the same but something that was similar from what you can get from the from the ground reaction force so here as you see from the picture i was lucky i was able to go to the hp cosmos at port where they allow me to use the special treadmill that says the first platform inside and so what we did was to collect the data of we have more or less 20 subjects actually 19 then we have more or less 20 subjects actually 19 10 maize and nine females and then we asked them to walk on the treadmill and also to run on the treadmill then some people were able to run only at nine kilometers other agreed to run also at 12 and marco also at 14 kilometers actually so what i did for now so i'm in the process actually of evaluating all this data to probably uh actually i want to make a paper out of this work but i try to evaluate the different signals i can get from the accelerometer from the gyco so the simple vertical acceleration then i also correct the vertical acceleration uh by using the direction uh by using the direction so the data from the magnetometer and finally i also try to compute the magnitude from the three components of the acceleration uh basically i was using gyco together with octogate so i was able to segment the the signal like you can see here i choose the in one minute of recording i choose the 20 seconds in the middle more or less and this is the result you see on the left we have all the data uh of the contact time phase is this one and on the right side you have the average with the standard deviation uh as you can see the standard deviation was not super big so i was happy with with that because it means that the data that the cycle was recording were pretty uh pretty still so with not that much variable uh variability after that uh what we did was to analyze the data from the first platform so i did basically the same uh here you see uh the vertical component uh of the the ground direction course i segmented it just by using when the signal goes below zero then the subject was in the in the flight time and again i analyzed only the contact time and then i obtained what i did before for for the gyco data so the average of the of the force and the standard deviation here is a representation so now i'm going to show you some of the data because as i said we are still in the process to publish this data so uh but what you can see on the on the left is the the graph of the force during contact this is expressed actually uh in newton and on the right we have the the three signals i try to analyze from the cycle and what you can see is that i can also so the signals are different and of course because the acceleration in this case we have the cycle at the waistline and so uh it was i mean there are a lot of joints in between the ground and the waistline uh but we can still see uh two peaks in acceleration and so uh what i'm doing now is to try to see if there is at least a correlation between the data that i get from the the first platform and the and the the acceleration data and here are some of the results so for the first peak i had a lot of variability but for the second peak i had at least quite good data because i was able uh to um to estimate quite good the the timing of the second peak so i didn't have really uh significant differences on the time uh comparing the force and the other uh data and also for the peak estimation of course there is a difference because the data in the acceleration data are expressing in meters i mean it is an acceleration so it was normalized by g but there is still uh something i mean these are still good results and then uh after the other things i'm trying to do now with the data are making correlation of the parameters i can compute out from this data so for example one of the most important parameter that is used uh when you analyze the data of running is the ratio between the two peaks so the the first peak and the second one uh and uh i was able to get quite good results in this uh in this relation so comparing the ratio that i get from gyco and the ratio uh from the the data from the first platform even more when basically i analyzed only the data of 12 kilometers per hour as you can see then i get 0.7 more or less of correlation so it is quite good so that's why at the end we decide to add all this data data in the in the efforts of course we know that uh the deceleration is not the ground direction of course but we thought that we can still get some information from from this data and i'm going i hope to publish this paper at the at the latest this summer because of course the longest times it takes is to get the approval from the ethical committee but then we would be happy to share with you all the results of this evaluation so after this small introduction on from the new parameter that we added on the record maybe maybe just one thing uh alessandra it's marco speaking maybe i want to show uh everybody here the new reporting just as an example because we review all the reporting of the optogate uh and this version will be available from the end of this month so when you when you print out the data you will have the possibility uh to view the data in this different way we develop these different or this new reporting uh in order to make it simple to read the data uh for the uh for the user so that's mean for the physiotherapist or for the trainer and also to share with the patient that's why at the moment we have only a language uh italian english and french so now i am in german so you will see uh mission uh from different language together but anyway we uh we we inserted for every kind of test uh in for information uh information part so that you can support you to read the data or is a way to communicate with your final customer or patient or athlete in order to make them to give them a bit of knowledge about what you are showing them then you have the main parameters in this case we have the main parameters of the of the run where we have a flight time contact times and caden okay if you have the jaco as well also the parameters related to the impact that was shown from alessandra uh three minutes ago then you have the uh uh cycling head at the time timing parameters uh with duty factor and cadencer and you have uh still the details of the contacts as i said before you have a few new uh items or parameters already available and at the end if you have the part of the jaco you have the jaco impact always this is already available also in the old version if you save the some pictures or if you put some information and you write something related to this single picture then you can add on the report like i did in this case so this is just an overview of everything and this is available for any kind any typology of tests from jump to gate to march in place to run and 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 marco a good question yes um is it only available for optogate and optogate software or is it also available for opto jump and opto jump software and uh uh the only difference is like it is now the part related to the gate analysis so the gate part will be available only in optogate and not in operation okay so if you for example uh lauro uh who presented uh uh today has an opto jump can use the gate software and the the jaco uh to also get all gates uh parameters no no they use the opto jump software they will never have access to the gate parameters but all the reporting will be new as well if they want so they can integrate the data from jaco for running for jumping and for marching place for example okay so uh for the community it's really uh if they want to have all of this they really need the optogate and uh the jaco together in combination to get those impacts uh data and 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 all the new reporting you showed yeah the impact the impact data here that was shown will be implemented only for run analysis so if you have an opto jump or an optogate and a jaco you have this data okay great yeah because uh some of of the attendees they already uh they already got optogator of the jump and it's it's good to have uh to have the uh almost all of it also for both devices that's that's okay only maybe one 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 thing that uh i want to to show just because a lot of person are using the opto jump because you speak about opto jump uh for the uh for the jumping analysis right uh so what we uh what we have now when we make a jump analysis and we have the possibility to integrate also the um the jaco data uh you have all the eccentric concentric phases information so this what i'm going to show you now is the new version of the jump uh reporting okay so you have here the uh contact times uh contact times fly times and verticality then you have also here the data from the different jumps of the jaco uh okay this is not a very nice example so probably this was a test but anyway you will have all the data integrated and with the new way of view if you prefer to keep the old way of showing the data you can just with a general settings you can manage it so if you prefer to keep the old version you keep it Uh maybe just to uh to uh explain to the audience uh shortly uh the the main uh difference between optogate and optochump is not just the color but mainly the medical certificate you have with the optogate and of course those uh some more gate parameters you will get with the gate yes let's say the main the main things These are the medical certification, the possibility to connect the electromyography in terms of hardware, that's all. And in terms of software, you have some features dedicated for the gait analogies that are not available for optogen. So these are the three main difference. So these are the parameters that are shown here, OK? OK, I give back the word to Alessandra. Sorry, Alessandra, for the interruption. No, it's OK. I'm not sure about how much time we still have to talk about. So now I'm going to start with a practical example of how you can use the data of running analysis, I mean, the instrumentation for a running analysis. And then if I have time, I will show you a case study on working. But now for the running analysis, I thought about using an example. So we know that now a lot of people are going running, apart from if you are in a lockdown. But otherwise, since all the gyms, everything is closed, then running is the easiest thing to do. But actually injuries in e-runners are extremely common. So if you have a look at the data, like scientifically speaking, so if you have a look of what you can find in the scientific literature, there are a lot of papers about injuries and the rates are really different. So they go from 1.4% to 94.4%. So you can find a lot of different information that might be confusing. But usually it's because there are different definitions of injury. There are different methods of assessment. And also there are different runners, of course. There are amateur or athletes that are running. But what we know, of course, is that usually new runners are more prone to injuries. So you can move on in the next slide. So what you want to do when you have an injury is to evaluate the biomechanical aspect, usually of the athlete, of the subject that's injured. The most typical, this slide is just to show you which are the most typical injuries that are affecting runners. So usually, like the most important is on the knee. Most runners that have problems are related to the patellofemoral syndrome. Otherwise, other common problems are plantar fasciitis or medial tibial stress syndrome, injuries of the gluteus medius. But then, of course, there are a lot of different possibilities. So, as I was saying, there are a lot of possible causes of the injuries. There can be extrinsic factors, like usually the way you basically train if nobody is following you. So maybe you train too much, too frequently, usually at the beginning, you make this error or you are using shoes that are not good for you and for your way of running. But, of course, there are a lot of intrinsic factors and what is interesting for us in this moment are the biomechanical factors. So what we can actually want to evaluate with instrumentation are also always the biomechanical factors. So, we have some factors that are predictive and other that are actually not predictive of an injury. And this is something that we already know from the literature. For example, we know, I'm not going really deep in this thing, but we know that the female sex, the people, the females are actually more subjected to injuries than the males. And also, if you are not in a good mood, you can be more subjected to injuries. But what are the most biomechanical factors that we have to have a look at is, of course, the knee, if it is virus or if it is valgus, then another problem is the overstriding, the knee flexion. And also, so a lot of parameters related to the way you keep your trunk. So, if it is too much upright, you can have problem in the muscle of the course of the core. And so, these are all factors that are predictive. Anyway, no one of these factors, we can say that is a cause of the injury. We can only say that at least the scientific literature says that there is a correlation between these factors and the injury. So, some of these, I just want to show you some of the things that we usually have a look at when we want to look at to see if there is a risk of injury. So, one of the problem that the literature has already shown is that we can have a problem if there is a poor control of the trunk or of the pelvis. Because in that case, we will favor the virus moment of the knee. And so, what happens in this case, as you can see from the image B, so in there you can see the direction of the ground reaction force, that is medial. And so, in this case, we have an excessive lengthening of the ireotibial band. And so, we have a lot of stress in that portion of the knee. And that's why we usually can have pain. Another error and way that we can do while running is the other aspect of the knee. So, we can have a vigous knee. And in that case, we have the other situation. So, the ground reaction force is going outside from the knee. And in this case, we could have full control of the hip abductus, usually is the cause. And this cause the patellofemoral syndrome, which is really typical of runners. Then, if you move to the next slide, another thing that we have to take control at while we want to evaluate the risk of injury is the cadence. This actually is related to the phenomenon of overstride, because usually we want to increase the cadence at the same speed. Because if we increase the cadence, this basically reduces the load that we apply on the foot. But sometimes what happens, this happens a lot in endurance run, is that I use to basically have the same constant running speed. And so, the only way they can have to increase the cadence is to increase the stride length. And this can lead them to the phenomenon of overstriding. In this case, basically, you land with the foot far in front of the body. And so, it's beyond the center of mass. And this is a problem because you are trying to become, to have like a better running economy. But actually, at the end, you are doing a movement that is making you act like a brake. Even more when you have problem in the mobility of the knee and the ankle. And also, it can cause injuries because if you land with the foot in that position, then you have an impact with the ground. And this leads us to the next slide. This is what I was talking about before on the right, on the upper part of the presentation. You can see the graph of the vertical component on the ground direction force of a runner and of a forefoot, midfoot striking. And in this case, you see in the first one, we have the impact peak that might be a cause of injury. So, what you want to do usually is to move to a forefoot or a midfoot strike to avoid that first impact, which is really associated with joint stress. And another thing that has been proven is to significantly reduce the stress on the knee is to basically move your trunk a little bit forward. So, flexing it like around eight degrees. And in this case, you basically reduce the knee stress because the ground direction force is closer to the axis of the knee. And also, you basically do a movement that is protective for yourself, because in this case, you are using the hip extensor instead of the knee extensor. So, like, if you want to summarize all of the possible causes of injury, of course, these are not all, but I want it to be quick. We can have, we want to evaluate the foot contact. And so, we can use what Marco was showing you before in octogen. We can use, like, having a look frame by frame and have a look of all of these, of this pattern that I explain you are usually related to the possibility of injuries. So, you can have a look in the way the subject is striking the ground, the position of the tibia, the initial contact, the knee flexion during the stance phase. So, actually, tibia position and inflection are related with the overstride phenomenon. And the overstride, you can really easily see it by using the octogen or octogen. In this case, I put the octogen image, but it's really the same by using octogen. And also, by using the gyco, you can have the information about the position of the trunk while running. So, this is a way you can use our instruments to evaluate these possible causes of injuries. And to end this part, I want to show you, like, something that a group of research on running from Fondazione Don Carlo Gnocchi of Florence, they are working a lot with runners, and they started to wonder why there is still a little clarity on the causes of running injuries. And they basically identify two main points. One is the fact that there are not really a lot of prospective studies. Usually, they are all retrospective. And then, that means that at the end, you cannot know if the injury that you are an athlete had was the result of his way of running, or what you are measuring now is the consequence of the injuries. And then, also because there are not so many studies that are really gesture-specific. For example, usually studies don't really, at least they say something, but don't really explain the difference between running on the treadmill or overground, or what happens when you are actually in a fatigue condition, because usually endurance runners can run for hours, but when we evaluate them in the lab, it's asked for two minutes, and they are not tired as much as in a normal running. So, what they did was basically to try to have an answer of these two questions, and they made this huge study with 120 amateur runners. And they basically want to evaluate if there is a possibility to find the injury, what is the predictor of an injury. And they decided to evaluate a lot of possibilities. So, they actually collect data about the training habits, and also, of course, they have a questionnaire to ask if the people got injury in the month of the study. Then, they evaluate the joint trauma, the flexibility of the main districts. They did the as-way analysis. Of course, they did also a biomechanical running evaluation. So, like recording all the parameters that we have seen before. And then, at the end, they also decided to evaluate the power of the legs of the athlete by using some of the tests that you can find in opto jumps. So, the single leg squat, the drop jump, and the five single leg jumps. So, why did they decide to use this test? This is because if you ever look deeply in the biomechanical running, the part that is more related with injuries is usually the contact phase. Of course, because you have the shock with the ground. And if you have a zoom on this phase, you have two important parts. That is the absorption part. So, when your foot basically absorbs the impact. Then, in this phase, you go to the propulsion part. So, when you want to move forward. And in this phase, you have a small part where you have to stay on balance and be able to change from one action to the other one. And so, if we divide this contact time in these three phases, basically, you can evaluate each of them separately. But you can have an idea. For example, if you see, you can evaluate the power and the strength of the lower limb to evaluate the propulsion phase. By using Jaiko and OptoJump to evaluate the jumps. You can evaluate the balance, the ability of balance on one single leg by doing a sway analysis with Jaiko. And then again, you can evaluate the foot impact and the running pattern by using OptoGate and the webcam. So, the study that the Gnocchi did was finally ended. And now they are basically starting to do some analysis on the data. And the first thing they found is that no one of the elements that they evaluated, if considered by itself, was correlated directly to an increased risk of injury. But so, what they are trying to do now is saying that, okay, so if no one by itself is something that can tell me if I'm going to have an injury, then maybe I can take some of the variable in groups. So, for example, I can see maybe subjects that have problem imbalance and their problem is strength. They are more subjected to one kind of another kind of injury. So, what they are trying to do is to create profile of athletes. And I reported here one of the first articles that came from this research that talked about the relationship between lower limb kinematics and the upper trunk position that you can get from Jaiko. Then, the other thing they did was to evaluate the adaptation to running on a treadmill because, as I said at the beginning, if you ever look at the study literature, there are not so many studies that are gesture specific. And so, they wanted to see when actually you can really say that running on a treadmill is the same compared to running over ground. And they discovered that it is the same only if the subject is already familiar with the treadmill, because even if you are the best runner in the world outside, but you have never used a treadmill, then you are not doing the same running. And what they found out is that usually a runner needs at least to do three times 15 minutes of running on a treadmill before the running can be comparable to the over ground and the inside the running. And finally, the final test they are trying to do is this one that is actually still not over. And they are trying to evaluate what changes when you are in a fatigue condition. So, they asked the subject to do incremental running of a treadmill, so starting from eight kilometers per hour to 20 kilometers per hour. And they are using Obtugate and Zyco and also, of course, as you can see from the picture, like a Cosme to evaluate the oxygen and the metabolic aspect of running. And they are trying to understand what happens when basically a subject is tired and is not at the beginning of the run. So, this was all I reported here, the image, but Marco actually showed you before the report of running. As you can see, you can have all the parameters that I have told you about in this slide. So, both temporal, spatial, the acceleration analysis, and the posterior analysis. So, what I wanted to underline is that really by using Zyco to get the webcam, you can have an overall picture of the biomechanic aspects of a runner. And you can help him to understand if it is a risk of an injury, if it could improve his running technique, and so on. Now, I don't know if I have more time. If I have more time, I can speak really quickly about a case study of walking. Since nobody is stopping me, I think I can move on. I'm going to be really quickly. So, just to show you how we can use the data from Obtugate for a walking gait analysis. In this case, I had a subject that basically had a surgery on the knee because he underwent the rupture of the anterior cruciate ligament, so of the ACL, and also of the medial meniscus of the right knee. This man is really sporty, so he needed to go back to his previous shape. And I did gait analysis in three different times. So, before the surgery, two times after the surgery, and so in two different moments. And I'm going to show you some of the results. So, for the gait analysis, what I used was the Zyco that you see is on a harness. And then I used the Obtugate system. And now I'm going to show you the results. So, before that, just to know what you're talking about, even though I think all of you probably know better than me. When we have an ACL rupture, what we expect to see is a knee that is weak. We probably might have difficulty in stabilizing the knee, and so in the balance part, when we put the foot on the ground. And in the weight controls, that means when you put all the weight on one leg, so to start working, we can have presence of pain. And also, of course, a limited range of motion. And then, usually, you have also a reduction in the activity of the quadriceps muscle. So, what I was expecting was to see differences in stride length, in speed, like comparing the two sides. So, the one in pair and the one, the normal one. So, if you see the results here for the step length, what we see is that the right, I don't know if I said, but it's the one that got the surgery. The right leg at a step length that was, at the beginning, much lower than the left one, and then it increases over time. And at the end, the difference is of 5.8%. Usually, we look at a difference and a symmetry below 5%, so 5.8% was good. Even though the variability of the right leg remains, at the end, still higher than the left one. And this is what is really what we were expecting, because usually, when you have a problem with the stability, what you want to do is to reduce the stride length and the step length to be able to maintain the balance, because the center of mass remains closer to your support base. And so, what you can see here is that the subject was doing that before the surgery, and then, at the end, it improved a lot. So, that means that usually, that means that, in theory, it was more good in balancing at the end of the evaluation. Then, what I also evaluate was the average speed. When you have a slowdown in working, usually, it indicates that, for you, it takes more energy to work. So, it might indicate an increase in energy cost. And also, usually, you see a decrease in speed working, when you look at older people and they try to work slower, because they have a fear of falling. And so, what you see here is that the speed was really lower at the beginning, before the surgery, and then, it increased in the other two times of the evaluation. And actually, at the end, the left and the right were basically the same, also in terms of variability. I mean, the differences were never really huge between the two legs, but we see that the subject increase in speed. Then, another phase, another data that I evaluated was the loading response phase, because the loading response is the phase very important, where the aim is to absorb the shock of the contact with the ground, to ensure stability in the weight support phase, to preserve the progression of walking. So, it's all activities that could be altered by the ACL rupture and reconstruction. And so, what we see here is that, at the beginning of the evaluation, the loading response of the right foot was longer than the one of the left foot, and it actually decreased during time. So, at the end, the difference between the two legs was still present, because we still have 12.5 of difference between the left and right, but it decreases. So, it was, of course, it's a phase where we still need to work at, but the results are promising. And finally, the last phase that we evaluate was the pre-swing phase, that is the phase when we move from stance to flight, and so when we need to push forward. So, all the muscles that basically need to work for the flight phase are related in some way to the knee, to the control of the knee, not all of them, but for example, the rectus femoris or the vastus, and so we could expect some difference. In fact, it was present in the beginning, and then it also decreased the difference between the two legs. Of course, also in this case, at the end, it was not, again, at a normal level, but it was at least a good direction of the treatment. Finally, the last thing we could evaluate was the trunk, the trunk stability, because by using Zyko, you have the information on the area of motion and of the movement, the medial lateral anterior posterior movement. And we see that basically the area of motion. So here I have two data because I think the second follow-up, they forgot to use the Zyko for this information. But what we can see is that the area of displacement of the center of gravity remains more or less the same, while it changed the strategy that this is using to stay basically on balance. So in the first, so before the surgery, he was moving a lot anterior-posteriorly, so on the back and on the lateral part, and then this motion decreases a lot. So from around two centimeters to zero point something. So, I mean, for the conclusion, these are a lot of conclusions, but what I want to say is that at the end, for example, in this case, the aim of the rehabilitation was to restore the correct activity of the flexor and excessor masses of the knee. And we were able to do that in some way, because like looking at the data that we could collect from Optogate, we had some sort of validation. So we could see the step length was increased, the velocity was increased, and so on. So we were quite happy with the data that we get. And this data has asked to quantitatively certify that the training we were doing with this subject was good. And so this is basically a way we can use Zyko and Optogate to evaluate a subject objectively. And then I just put this slide because we also modify, renew the record of gate together with the one of running. So this is the new shape, the new graphic that is going to happen. So with this, I have done. I mean, I know I said a lot of things, maybe I went too fast, but I wanted to be able to say everything. So if you have questions, I'm happy to answer it. Yeah, thank you, Alessandra. That was a great presentation. So some good news for us also to learn, to analyze our patients or the community who's doing that like several times a day, doing a running analysis. Maybe have another look at different parameters you told us. So it will be for sure interesting to get those slides together with the recording so we can have a deeper look into it. I didn't see any questions. Some maybe already took some lunch. I don't know, the hungry ones. But yeah, what do you think? How many people do already work with this combination of Jaico and OptoGate for running or for gates? Do you have a lot of feedback already or is it not many people yet? So I think that maybe Marco can answer to this question because I'm working more in the R&D department. But what I can say from my point of view is that what we tried to do was to make it easier for people to work with both the instruments by using this kind of record. So it was the main reason of changing the graphic of the record. And also what we did was also to make that instruction record that Marco showed before. So where we tried to help people to understand how to use the data. Of course, for what I say today about injuries, I would need probably three hours for webinars. So what we tried to do was to make a summary for people and to help them to use them both together. About the number, I don't know, we might ask Marco for that. Yes, we have in Italy a lot of persons working with the two systems, but not always integrated. That means maybe a physiotherapy center, they have the Jaico to do some personal training in the part of fitness and then using the Optogate to make gate analysis. That's what that was also our mistake because we never integrate in the right way the data from the two devices. So with these steps, I hope, and also with the pricing steps of packaging the two systems, I hope that the, let's say, the adding information from Jaico to the Optogate can be an interesting feature for all these persons having already, for example, the OptoJump or the Optogate. So much more than the Jaico. But the two systems can be used separately. And that's why in Italy we have a lot of customers working with the two systems separately. One for, for example, range of motion and power in the gym and the other for biomechanical analysis or in-felt jump and run analysis. I think also speaking for our customer base, I think it's getting more and more interesting also with getting the range of motion tests with Jaico. Have it integrated in the jump analysis, have it integrated in the, in the gate and running analysis to just get the, the movement of the upper body. So it's, it's, yeah, there's a lot of potential of this combination. Uh, especially, actually, we, 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 what I will show afterwards is, uh, there are several partners of ours using I'm, uh, inertial sensors. But I'd say, uh, if I have the overview, I'd say what you do with your software and, and how good and, 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 uh, uh, helpful the, uh, Chico is for, for the, for the analysis. Uh, you do it best actually, even compared with, with, with Wicon or, 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 or players like that. Uh, I actually see the application you do with the Chico is really helpful and, and you directly see what you do and, and it makes a lot of sense. So congratulations to, to that, uh, integration. And then that use, I, I also, uh, think you're very innovative and, and doing a lot of, of interesting things. So, uh, also having Alessandra on board, I think that helps a lot. And, uh, yeah, uh, that's, that's just great news. Yes. This is just the first step of this integration. So Alessandra is already working on new kind of test, uh, and test typology. that can be, uh, let's say, uh, an integrated use of the two systems. Mm. Like, uh, stand up. So classical test, uh, for analysis where you can get data from the two systems and integrate together. Mm. Perfect. Yes. Yeah. Like Marco was saying, now I'm working more on, uh, clinical loss of, uh, kind of evaluation. So like, uh, as I said before, today I'm collecting data to validate data. The use of the short performance physical battery. That is one of the main, uh, the most used clinical tests in, um, in a, in hospital or whatever. When you, uh, put together working analysis, uh, uh, standing up from a chair and other exercise that we can really evaluate using up to get and cycle together. Mm. Cool. So, uh, thank both of you. I think, uh, um, ich wechsle jetzt wieder auf Deutsch. Ähm, eigentlich dachte ich, ich kann's durchziehen, aber, ähm, meine Präsentation wird doch noch eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Das heisst, ich würde zurück zum Programm gehen, dass wir, ähm, um viertel vor zwei, also 13.45 Uhr dann zum Abschluss kommen, würde ich mit meiner Präsentation um 13.15 Uhr starten. Das heisst, wir hätten jetzt eine halbe Stunde Pause und, äh, ich hoffe, ihr habt schon was zu essen geholt oder holt euch jetzt was. Äh, auf jeden Fall freue ich mich auf den letzten Teil, äh, euch noch ein bisschen, äh, was an Neuigkeiten zu berichten, äh, Trends in der Lauf- und Ganganalyse und auch einen Ausblick zu geben, äh, was wir für euch, ähm, äh, vielleicht dieses Jahr, äh, noch geplant haben. Deshalb schaltet doch in einer halben Stunde um 13.15 Uhr nochmal ein für die Präsentation von mir und ich wünsche euch einen guten Appetit. Vielen Dank nochmal an Marco und Alessandra und, äh, ja, wir hören uns später. Bis nach 13.15 Uhr. Ciao, ciao. Ciao. Danke, ciao, ciao, danke. So, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt euch alle eingeregt mit was zu essen und hört mich nun auch gut. René, gib doch kurz Bescheid, ob er mich gut versteht und alles hört, was ich sage. Also, ich kann dich gut hören. Wenn René noch da ist. Ja, hörst du mich? Hast du mich gehört? Hallo, Yves? Ja. Hallo. Ich höre dich. Sehr gut. Jetzt, Mikrofon und Kopfhörer waren noch nicht eingeschaltet. Jetzt hörst du mich? Ah, perfekt. Ich höre dich gut, ja. Sehr gut. Merci, René. Also, was ich gesagt habe, ist, ich hoffe, ihr habt euch alle eingeregt mit was zu essen und, äh, seid bereit für den letzten Teil. Ich habe das Programm, äh, welches ihr jetzt aufgeschaltet seht, äh, angepasst, äh, an die Begebenheiten. Leider wirklich so, dass, äh, ich Zebris entschuldigen muss. Sie haben das mit ihrer IT nicht auf die Reihe gekriegt, jetzt innerhalb von ein paar Stunden das ganze System wieder zum Laufen zu bringen und arbeiten komplett über den Server. Das heisst, haben auch wirklich keine Möglichkeit, euch jetzt kurzfristig noch eine Präsentation zu bieten. Ich würde eigentlich gerne entsprechend gleich, äh, was zum Ausblick sagen. Ich denke, dass wir im Herbst so oder so nochmal ein Webinar oder einen Workshop anbieten werden, im Bereich Lauf- und Ganganalyse. Und auch wieder ein bisschen, äh, sehen, wie weit ist das Markless Tracking von, äh, von, äh, Content Plus, äh, wie weit ist die Umsetzung von Microgate mit der App und, und den ganzen Reports. Was gibt's da für Eindrücke? Und, äh, dann auch Zebris zu Wort kommen zu lassen. Natürlich werde ich euch die ganzen Präsentationen, die ihr jetzt heute gesehen habt und auch die von Zebris, weil die war schon vorbereitet, gehabt habe ich sie nicht, sonst hätte ich sie vielleicht selber halten können. Äh, das werde ich euch nachliefern, zusammen mit der Aufzeichnung von heute. Die werden wir ein bisschen bearbeiten müssen, die technischen Pannen, weil wir da natürlich, äh, möglichst nicht drin haben. Und, ja, wir, äh, wir möchten da euch, äh, auf jeden Fall auf dem Laufen halten. Kurzfristig ist es so, sobald die neue Templer-Version verfügbar ist und auch die neuen Reports von Optogate, äh, werden wir diejenigen unter euch informieren, welche diese neuen Versionen, äh, sinnvollerweise verwenden, weil ihr so, so ein System habt und, äh, entsprechend, dann auch updaten und, äh, unser Support wird euch zur, zur Seite stehen, wenn ihr die ganzen Updates macht, äh, ist sicher auch immer wichtig, dass ihr, äh, kurz eure Datenbank speichert und die dann wieder reinzieht in die neue Version. Also wenn zu dem ganzen, äh, zu den ganzen neuen Versionen Fragen sind, dann schreibt doch auch kurz in die Fragebox, äh, was rein, dass ich dann am Schluss beantworten kann oder Röhne gleich eine Antwort schreiben kann euch. Gut, dann würde ich, äh, äh, wechseln zu Neuigkeiten und Trends und, äh, hierhin. Kann ich euch jetzt meinen Bildschirm zeigen, ich nehme an, jetzt seht ihr meinen Bildschirm mit YouTube und hier habe ich eine kurze, äh, äh, Videoliste zusammengestellt, wo ich euch ein paar Einblicke in Neuigkeiten und Trends geben möchte. Es geht ein bisschen, äh, weg von der klassischen Lauf- und Ganganalyse 2D hinein in eher, äh, äh, Themen, die im 3D-Bereich liegen und auch, äh, äh, mit instrumentierten Laufbändern funktionieren. Nichtsdestotrotz, äh, finde ich wichtig, dass ihr, äh, diese Themen kennt und euren Horizont da, äh, äh, insofern erweitert, dass ihr ein bisschen seht, äh, in welche Richtung geht die Lauf- und Ganganalyse schon heute, was wird in Zukunft möglich sein und, äh, ja, welche Chancen und, und auch vielleicht welche Risiken birgen diese neuen Technologien. Als erstes seht ihr hier eingeblendet, äh, Thea Markless Tracking, äh, das ist auch ein Markless Tracking, aber in 3D sind rund um, äh, äh, den, äh, äh, Probanden, den Patienten, äh, den Läufer sind Kameras aufgebaut, das sind aber klassische Videokameras. Und wir haben zwei Partner, die eine Zusammenarbeit mit Thea haben, das ist einerseits Vicon, die jetzt gesagt haben, ja, Thea, äh, äh, die machen eine sehr gute Sache, da müssen wir uns nicht selber darum kümmern, 3D Markless Tracking zu machen, sondern, das ist zwar noch nicht so präzise wie mit Marken, aber es ist doch mal das erste System, äh, äh, auf dem Markt, welches doch sehr, äh, spannende, äh, Resultate liefert, ohne dass man Marker platzieren muss. Ich, äh, lasse das Video jetzt mal laufen, da könnt ihr ein paar, äh, äh, mögliche Anwendungen sehen, wie das ausschauen kann. Ihr seht, da ist auch, wird auch ein, äh, äh, das Skelett gleich rein projiziert und das ist, äh, 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 so möglich. Man sieht auch, dass man mit zwei, äh, 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 Leuten, äh, Aufnahmen machen kann. Man kann das auch draussen aufstellen, man kann sportliche Bewegungen machen, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt, natürlich innerhalb dieses, äh, Volumens, welches, welches mit den Kameras abgedeckt werden. Aber wie schon gesagt, das sind keine Vicon-Kameras, sondern das sind klassische Video-Kameras. Also, was ihr jetzt vielleicht bei euch im Labor schon habt, das, äh, äh, könnt ihr ergänzen mit weiteren Kameras. Wir sprechen da von sechs bis acht Video-Kameras, äh, die man haben muss, um, um dieses, äh, Markless-Tracking zu machen. Ich habe von Vicon gesprochen, die, äh, nutzen eigentlich die SEA-Software, um kinematisch die Daten zu generieren und ziehen dann eigentlich, äh, die Daten wieder zurück ins Nexus, in ihr, ähm, in ihre Software rein, um dann das mit, äh, Kinetik von den Kraftmessplatten und EMG zum Beispiel zu kombinieren und auszuwerten. Das ist seit neuestem mit Nexus 2.12 verfügbar und, äh, ja, hat sehr viel Gehör gefunden in der Community, äh, vor allem die, die 3D-Analyse machen, äh, wenn es um Situationen geht, wo halt Marker nicht möglich sind zu platzieren. Auch Automobilindustrie, äh, ihr könnt euch vorstellen, wenn man so ein Auto reinsetzt, sich setzt, dann kann man keine Marker tragen. Das ist zum Beispiel eine Anwendung. Natürlich vieles mehr. Dann, was ihr hier seht, ihr seht schon angeschrieben, das ist 3D-Markless-Tracking von Contemplos, auch mit SIA, äh, die gleiche Software, auch Contemplos verwendet, keine Marker, ähm, sondern Videokameras. Ähnlich wie Vicon wird, äh, wird, äh, wird ein Befehl an SIA gegeben, um die Aufnahme zu machen und dann gehen die Daten, äh, zurück ans Templo und können analysiert werden. Dazu, wie schon gesagt, braucht sechs bis acht, äh, High-Speed-Kameras. Anders können wir dann auch Franka noch, äh, fragen, wie weit das da die Entwicklung schon fortgeschritten ist, was SIA betrifft. Das wäre also für euch einfach als Ausblick, als Möglichkeit, äh, ähm, sicher ins Auge zu fassen, falls ihr, äh, in die 3D-Welt eintauchen möchtet. Braucht im Grundsatz diese SIA-Software und, äh, ein paar Kameras mehr. Hier das Beispiel Laufanalyse. Ihr seht, das ist das gleiche Beispiel, äh, welches wir vorher hatten, für das 2D-Markerless. Und ihr seht jetzt hier links, dass, äh, das, äh, das Skelett dann in 3D angeschaut werden kann und die Daten herausgelesen werden können. Das nächste Video, dasselbe in grün für die, äh, in blau für die klinische Ganganalyse. Auch da funktioniert das mit SIA sehr gut. Ich würde vielleicht hier gleich, äh, öffnen, falls es eine Frage gibt. René, du bist der Frageschef. Gibt es was, das ich beantworten kann? Ähm, du müsstest die Fragen wieder mir zuordnen. Ich, äh, sehe die nicht. Ah, du siehst sie nicht. Moment. Ja, jetzt soll es wieder möglich sein für dich, das zu sehen. Ich schaue dann selber kurz und sehe, dass dazu keine Fragen sind im Moment von euch. und würde vielleicht noch Franka bitten, wenn du mich hörst, etwas zum, äh, 3D-Markerless-Tracking von euch zu sagen. Ähm, ja, gerne. Kann ich noch mal kurz ein Bildschirm teilen, vielleicht? Ja, klar. Jetzt solltest du das machen können. Ich weiß nicht, ob es der wichtige ist. Wir sehen dich jetzt von der Seite. Aber das... Ja, genau. Weil ich jetzt mit dem anderen PC drin bin. Ähm, seht ihr den Bildschirm hier? Ja, PDF. Genau. Ähm, ja, also wir haben auch die SIA-Technologie bei uns eingebunden. Ähm, Templo liefert eigentlich die perfekte Voraussetzung für die Aufnahme von den ganzen Kameras. Weil wir einfach gewährleisten können, dass wir, ähm, eigentlich egal welche Kamera, aber in dem Fall macht es natürlich Sinn, die Highspeed-Kameras komplett synchron aufnehmen können. Haben da, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr Variabilität, weil wir unterschiedliche Kameras einbinden können und können dann die, ähm, verschiedenen Kameraperspektiven einfach aufnehmen. Wir haben bei uns ein Setup aufgebaut mit den Kameraperspektiven. Es ist ganz interessant, weil es geht genau um das gleiche Beispiel, das ich vorher schon in 2D gezeigt habe. Und wir haben da einfach Kameras erweitert. Das heißt, ähm, Kunden, die jetzt schon zwei Kameras haben, zum Beispiel die laterale und die dorsale Ansicht, die können einfach Kameras ergänzen. Sodass man zusätzlich mit denen zwei, wo ich eigentlich auch meine 2D-Analyse machen kann, ähm, natürlich dann auch über 3D in die Tiefe oder noch genauer analysieren kann. Heißt also, ihr könnt mich eigentlich zum Schluss entscheiden, will ich heute eine 2D-Analyse oder will ich 3D-Analyse? Ähm, wir bieten die, das, die Aufnahmeplattform für das Ganze, ähm, lösen das dann den Befehl eigentlich alles über Templo aus. Es wird automatisch das Tracking gestartet, das passiert alles im Hintergrund. Heißt also, ich muss die ja nicht eigenständig als Software bedienen, sondern es wird eigentlich nur der Prozess gestartet. Und genau das Gleiche passiert dann über Visual 3D, wo ich automatisch den Report erzeuge. Heißt also, ich klicke für die Aufnahme Start-Stop in Templo, löse den Befehl aus fürs Tracking und bekomme dann automatisch den Report geöffnet. Mhm. Wie oft wird das schon eingesetzt? Ähm, wir haben jetzt zwei Kunden. Timo, verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Ähm, zwei Kunden. Einer hat erweitert. Und wir sind aber noch an ein paar Kunden dran, die eben auch schon Templo nutzen mit zwei Kameras. Und die Interesse haben, einfach das System noch zu erweitern. Mhm. Gut. Ja, das war jetzt spontan, also nicht abgesprochen. Vielen Dank. Ja, gerne. Wenn ihr da Interesse habt, mehr zu erfahren, was 3D Markless Tracking, ähm, damit möglich ist. Wie schon gesagt, für uns im Moment der Status so, wenn jemand Vicon Videokameras hat, macht es natürlich Sinn, die zu ergänzen und dann Vicon zu nutzen. Wenn jemand High Speed Kameras hat und Templo nutzt, macht es natürlich Sinn, äh, sie ja über, äh, über Templo zu nutzen. Entsprechend, äh, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch, äh, bei mir. Damit ich euch entsprechend auch die Information zukommen lassen kann. Gut, dann nehme ich, äh, die Präsentationsrechte zurück. Ihr solltet jetzt wieder das sehen. Genau, sehr gut. Und ich würde hier weitergehen. Eine spannende Partnerschaft, welche wir, ähm, ja, anstreben ist das falsche Wort. Wir, äh, sind eigentlich soweit, dass wir diese Partnerschaft, äh, äh, veröffentlichen können. Und zwar, einige von euch werden das schon kennen. Ich-Sense, äh, eine holländische Firma, welche, ja, seit Jahren, also 15, würde ich sagen, 15 Jahren, äh, im Biomechanik-Markt, äh, oder im Bewegungsanalyse-Markt eher, ähm, unterwegs ist. Und welche auch mit, äh, äh, also nicht auch, aber mit Inertialsensoren, äh, arbeitet. Welche zum Beispiel auch in jedem Handy verbaut sind. Und die in, äh, äh, Anzüge integriert, um, äh, halt wirklich frei von irgendwelchen Kameras, äh, äh, biomechanische Analysen zu machen. Lauf, Gang, aber auch völlig frei, äh, Sportarten und dazu hier das Video. So, entschuldigt, wenn das ein bisschen ruckartig abläuft mit YouTube über, äh, äh, über Streaming, äh, Webinar ist das natürlich nicht immer schön smooth, aber ich werde euch auch die Möglichkeit geben, dann die ganze Playlist auf YouTube, äh, euch anzuschauen. Ich gebe die dann frei. Ja, aber seht hier, dass halt alle möglichen Anwendungen mit diesem Anzug gemacht werden können. Ihr seht auch die orangen, ähm, Inertialsensoren. Und, äh, ja, für uns, ich sage mal, es ist nicht unglaublich häufig, aber es gibt halt doch vor allem Sportwissenschaft, Anwendungen, die wir nicht im Labor, ähm, unterstützen können, sondern, äh, wo, ich gesehen, es halt einfach absolut Sinn macht und sie sind Marktführer in dem Bereich. Genau. Und, äh, weiter, äh, haben wir einen Partner, äh, das ist, äh, der Partner im Bereich EMG, Cometa in Italien. Ich sage mal, es gibt noch drei Player, die vor allem in Europa unterwegs sind. Cometa ist einer davon, äh, sie haben eine Kombination aus Inertialsensor und EMG, äh, welche auch für Lauf- und Ganganalyse verwendet werden. Sie haben auch ein spezifisches, äh, Reporting dafür. Also wenn ihr euch, äh, äh, in der Klinik, in der Therapie, aber auch Orthopädie-Technik interessiert dafür, EMG und Bewegungsanalyse auch frei von Kameras zu betreiben, dann wäre auf jeden Fall, äh, die Lösung von Cometa möglich. Ich habe hier nur ein Exempelvideo, äh, das zeigt, dass, äh, Cometa, äh, auch wasserfeste, ähm, Sensoren bietet, ähm, und, äh, einige, die unser Cometa-System verwenden, die, ähm, äh, die haben sich ein wasserdichtes, äh, die Sender wasserdicht gemacht. Hilft nicht nur, wenn man Wasser misst, sondern das hilft natürlich auch, wenn die Probanden stark schwitzen oder, äh, ja, äh, äh, die Sender sehr beansprucht werden bei der Messe. Äh, das ist die Cometa-Lösung. Äh, ihr seht also mit SIA 3D Markerless Tracking für Wicon und Contemplas, äh, dann Xsense und auch unser Partner aus Italien mit EMG und Inertialsensoren. In dem Markerless-Bereich tut sich einiges. Es ist auch, sag ich mal, in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel, ähm, passiert, äh, und, äh, und, ja, sag mal, Risiken, die sich zu Beginn erbauen, zum Beispiel bei den Inertialsensoren, dass nach einer Messung von nur einer Minute schon die ganze Kinematik, äh, hinüber war, der Kopf gedreht und so weiter. Diese, äh, diese, äh, Rechnungsfehler, die da drin gesteckt haben, dieser, dieser Shift, der ist langsam im Griff, die, die können sehr gute Daten erfassen, auch über längere Zeit, weil die verschiedenen, äh, Inertialsensoren sich gegenseitig eigentlich, ähm, korrigieren und immer wieder neu, während der Messung neu, neu, neu kalibrieren. Ähm, nichtsdestotrotz, sowohl mit Inertialsensoren, als auch mit Markerless-Tracking, beides hat noch, äh, Limitationen, ähm, was die Messgenauigkeit angeht, aber, äh, wir schätzen, dass sich so in den nächsten fünf Jahren wirklich, äh, das langsam, langsam, das, äh, Markerbasierte, die Markerbasierte Bewegungsanalyse ablöst, aber, äh, mehr wissen wir dann wirklich in fünf Jahren, genau. Das andere Thema, was uns, äh, aktuell, äh, oder im vergangenen Jahr sehr beschäftigt hat, sind instrumentierte Laufbänder. Hier das Beispiel von HP Cosmos. HP Cosmos hat ein Laufband, äh, herausgebracht, welches, äh, mit Kraftmessplatten funktioniert, beziehungsweise die Kraftmessung passiert in den, in den Füssen drin, es sind keine Kraftmessplatten verbaut. Ähm, natürlich kann man das in Kombination mit einer Zebris-Platte haben, dann hat man 3D-Kraftmessung und Druckmessung, in einem, man kann das in Kombination mit Optogate haben, wo dann die Gangparameter rauskommen, also HP Cosmos, unser Partner, was, äh, Integration von, ähm, äh, Messsensorik betrifft, Druckkraft und, äh, optoelektronische Systeme wie das, äh, wie das, äh, Optogate, ähm, können sie verbauen. Jetzt in dem Fall hier sieht man die Möglichkeit, ähm, des, des Laufbands mit Kraftmessung und, ja, das ist natürlich eine tolle Lösung, ist, ist, ist ein relativ grosses Laufband, aber das kleinste Zebris-Laufband, äh, das Pluto ist auch von HP Cosmos und das ist schon eigentlich in einem, sag ich mal, äh, finanziellen Bereich, der durchaus tragbar ist für auch kleinere Unternehmen. ähm, ihr seht auch, dass es die Möglichkeit gibt, dieses, äh, Kraftmesslaufband, äh, in Steigung, äh, zu bringen und dann so Messungen zu machen. Also durchaus spannend, wenn man seine Messmöglichkeiten erweitern will mit, äh, äh, Kraft, Druck oder, wie schon gesagt, Optogate. Dann, das Beispiel von Zebris, wie schon gesagt, auch das, was ihr hier seht, ist ein Laufband von HP Cosmos, das einfach eine integrierte Zebris-Platte hat, wie ihr sie zum Teil auch schon verwendet, was sicher ein grosser Vorteil ist, dann die Kombination mit Templo, wo man dann auch die Druckmessung direkt in der gleichen Software mit Video aufnehmen kann. Nach wie vor stellt Zebris natürlich nicht nur, äh, äh, Druckmesslaufbänder her, sondern immer noch die altbewährten Druckmessplatten. Und ihr findet übrigens, ähm, im Bereich Handouts oder ich weiss nicht, wie das bei euch deutsch, äh, allenfalls heisst, da hat es Unterlagen, da habe ich fünf, äh, Broschüren hochgeladen, zwei von Microgate, zwei von Zebris und, äh, das, was, äh, Franco gezeigt hat, von Contentplus heute. Genau. Gut, das zum Thema Zebris und einfach, um so das ganze Thema instrumentiertes Laufband ein bisschen abzurunden. Wir arbeiten seit fünf, sechs Jahren mit der holländischen Firma Motec zusammen, welche die Instrumentierung des Laufbands auf die Spitze treibt und dadurch ein einmaliges, einzigartiges System geschaffen hat und das mit virtueller Welt verbindet. Es ist inzwischen, sag ich mal, sieben-, acht Mal in, 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 in Deutschland, Österreich und Schweiz vorhanden so ein System. Und ich zeig euch gleich das Video dazu. Und wir, äh, haben den Eindruck, dass es nach und nach, die das klassische klinische Ganglabor mit Wicon ersetzen wird. Das Laubband ist mit Split-Belt, das heisst, ihr werdet es gleich sehen dann, das Laubband ist mit Split-Belt, das heisst zwei Bänder, die separat voneinander bewegt werden können. Es kann VR dazukommen, dass man sich eigentlich so in einem natürlichen Umfeld bewegt und eigentlich auch die Variabilität, die man durchs Laufwand laufen hat, ein bisschen reduziert. Das konnten sie in Studien zeigen. Die haben auch eine eigene Software entwickelt, die dann Motion Capture System, VR und das Laufband zusammennimmt und steuert und da sehr flexibel solche Welten generiert werden können und auch die Pertubation, die Auslenkung des Laufbands nutzen. Das werdet ihr gleich noch sehen, weil das Laufband nicht nur zwei Gurten hat, sondern auch noch in Neigung oder Seiteauslenkung gebracht werden kann. Und ja, das Interesse daran ist sehr gross. Hat natürlich ein bisschen auch eine finanzielle Hürde zu nehmen. Da laufen im Moment ungefähr fünf Anträge, welche genau so ein System möchten. Und sie sind dann noch weitergegangen und haben gesagt, ja gut, wir wollen jetzt Overground auch noch Unterstützung bieten und zusammen mit Micon Kameras auch so ein Entlastungssystem, wo man sich frei bewegen kann, Treppe, Hochtreppe, runter und so weiter machen. Und auch das nennt sich Horizon ist relativ einzigartig auf dem Markt. Es gab ein System Float, welches eigentlich durch Horizon dann weiterentwickelt wurde. Auch hier eine spannende Anwendung für die Laufanalyse. Wer von euch Interesse hat, sowas mal vor Ort zu sehen, das Grail mit der VR steht an der Uniklinik Balgrist. Und da kann man über uns jederzeit abmachen, um sich das mal anzuschauen. Das Horizon steht im Kindsspital Affolten, wo man sich das anschauen kann. Und neu haben wir auch ein M-Gate in einem sportwissenschaftlichen Setting. Einfach das Laufband mit Wicon-System an der Uni Friburg. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten für euch, wenn ihr euch sowas mal anschauen möchtet. Genau, jetzt würde ich sagen, habe ich so ein bisschen einen Rundumschlag gemacht für die Möglichkeiten, Markerless in 3D ein bisschen aufzuzeigen. Aufzuzeigen, wo wir uns aktuell in der Bewegungs- oder in der Gang- und Laufanalyse bewegen, wenn es um instrumentierte Laufbänder geht. Ja, ihr seht, uns wird nicht langweilig. Es sind spannende Möglichkeiten, auch wirklich direkt für euch mit der neuen Möglichkeit, welche Contentplus und Microgate bieten. Leider haben wir nicht gesehen, was Zebris aktuell zu bieten hat, aber da werden wir euch auch noch Informationen schicken. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Eindruck gekriegt. Wäre jetzt auf jeden Fall noch offen für Fragen. René, vielleicht, wenn du jetzt die Question Box ein bisschen verfolgt hast, gibt es da etwas, das ich beantworten kann oder schreibt doch eure Fragen auch noch mal da rein. Aktuell gibt es keine neuen Fragen. Hast du eine Frage, René? Kommt die eine oder andere noch dazu? Nein, vielen Dank, Herr Hess, ich habe noch eine, sehr umfangreich. Hat jemand der Referenten noch einen Input zu dem, was wir gezeigt oder gesagt haben, jetzt noch von mir aus? Sonst könnt ihr euch gerne auch kurz einschalten, wenn ihr etwas habt. Nein, alles in Ordnung und soweit. Sehr gut. Danke, Franca. Ja, es ist spannend. Ich glaube, es bleibt spannend. Wir sind für euch da, um diese Technologien genau unter die Lupe zu nehmen, zu schauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was funktioniert, was funktioniert. Nicht. Und ja, also Grundsatz, wenn zum Bewegungsanalyse geht, fragt uns, wenn ihr Fragen habt. Es gibt für alle Budgets, sage ich mal, eine Möglichkeit, sich da etwas herauszusuchen und die ideale Lösung für sich zu finden. Ich glaube, was wir heute gesehen haben, stimmt sehr positiv. Unglaublich, wie Contemplos und Microgate vorpreschen und wieder neue Standards setzen. Es hat mich sehr begeistert. Ich wusste einen Teil davon, was ich heute gesehen habe, aber nicht alles. Ich bin ja auch Teil der Community. Ich bin nicht nur ProPhysik, sondern auch sehr interessiert an Lösungen, die Sinn machen. Und da hat mich heute einiges begeistert. Ich hoffe, euch ging es ebenso. Ich würde, wenn jetzt da, René, sag noch mal kurz, kam noch mal eine Frage und sonst würden wir dann zum Abschluss kommen. Ne, Fragen gab es bislang keine. Gut, also, ich würde damit ziemlich pünktlich am Schluss doch noch dieses Webinar abschliessen und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir haben ein paar interessante Themen, dann spätestens auch wieder im Herbst für euch. Ich möchte da vielleicht eher in Richtung Anwendung, Tipps und Tricks der neuen Möglichkeiten geben, dass wir vielleicht ein bisschen erfahren, wer, wie, wo, was diese Systeme anwendet und erfolgreich einsetzt in seinem Alltag. Ich bedanke mich bei euch allen. Und wie schon gesagt, würde mich dann wieder melden mit der Aufzeichnung und den Präsentationen. Ich bedanke mich auch sehr bei Franca, bei Alessandra, bei Marco und Laurent, welche heute präsentiert haben, bei René, der im Hintergrund mich unterstützt hat. Und wünsche euch einen schönen Nachmittag. Vergesst nicht, die Osterschokolade noch aufzuesen, wenn es noch nicht passiert ist, ist in einem Jahr nicht mehr so gut. Aber ja, ich bin eigentlich soweit dafür, als vernichtet haben. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und eine gute Woche. Bis bald. Ciao zusammen.